hallo hallo sag schon so raya gestern blutgeleckt offensichtlich ach wir waren es stimmt also ich fragt ich war heute nachmittag schon mal kurz auf server zusammen so hat die reihe des die getränke wieder aufgefüllt so ist auch da der hat die leitstelle das ist ja schon mal gut müssen wir die nicht nehmen wie ist das da und alles gut du bist du erst mal den rucksack absetzen warum hast du schon wieder einen kaffeebecher an der kleben was machst du denn ständig ich stelle ich mal ganz kurz ein ich würde mich gerne hier direkt umziehen das ist gut reihe dann setzt du das mal ab und die sonnenbrille könntest du eigentlich heute auch mal absetzen reihe es wird warm ton ist gut ok ich war schon mal da und deswegen hat die reihe sich dann gleich hier der champagner hinterfragt ist weil wir die flaschen brauchen wie es dir passt ich bin da gut das unicorn hat noch geschlossen ich würde gern vielleicht ein bisschen privat mit reihe was machen und dann später das unikon drauf machen guck mal erst mal ja ja nötig k die alle jute schlafen nach gestern ja war das gerade ein helikopter ja war es ok ich muss alles wissen von elli 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 ja wie war es erzähl alles es war sehr schön wir haben ganz viele aussichtspunkte besucht die ich noch nicht kannte wir waren am riesenrad und beim krematorium von da oben hat man eine mega geile aussicht hat er das geküsst nein hat er das unsittlich berührt nein er hatte angst vor dir vor mir ja du hast seinem chef gesagt wenn er mich nicht ordentlich wieder abliefert stichst du ihn ab sie ist ja das ist aber gesagt das ist auch richtig das hat er haben sie mir erzählt weil sie mussten mich retten ich hatte ein auto die aus mir du hattest einen autounfall geht es dir gut ja ich habe nur eine prellung aber sonst geht es mir gut was passiert ich war ein bisschen abgelenkt und war auf einmal mit überschlag im skaterpark ok die fahren ja auch wie die wilden hier und was ist mit die autos kaputt ja das auto steht jetzt noch im skaterpark weil keiner da war von der werkstatt das steht ist gut ja es ist halt auch das dach ist total eingebeult und ja dabei war das auto ist neu ja ja ich bin auch traurig aber naja sich machen hauptsache dir ist nicht so viel passiert genau vielleicht geht es ja auch wieder zu reparieren was ich glaube aber hoffnung stirbt zuletzt ok also es habe dir jetzt versaut dass er das hat uns wirklich angepasst nein alles gut ok sonst wäre mir sehr unangenehm und dann ist er dem sagen müssen es würde ihn nicht komplett abstellen sondern nur so ein bisschen eines ist alles in ordnung ja ja ok gut gehen wir rein ich muss geld verdienen ich habe mir gerade was gekauft was du hast dir gekauft was gibt's denn schönes überraschung zeige ich euch später vielleicht wenn nicht so viel los ist jetzt dann müssen wir aber fahren ja dann auf los fährst du raja ich bin mit dem motorrad hier ich bin die einzige die sich auf die überraschung freut ne ich freue mich auch c die raja mag überraschung denkt sie das denkt die raja das überraschung mag ich weiß o c was es ist und das mag die raja nicht ok gibst du mir mal das navi dann es gebe dir hier gibst du ein ja moment ist es was zum spielen für mich ja ist es was großes ja ok dann ist es kein satisfeier für die männer nein so hab eine gewaltig gibt es wieder ja ok ich habe auch keine ahnung wo wir hinfahren lass dich überraschen überraschung sind toll wir fahren ich weiß nicht ob es hier hinfahren müsste warum nicht hola herr miller hola so ich bin jetzt da hätten sie denn beide zeit für ein geschäftsgespräch äh sie sie geben sie uns 15 minuten perfekt kommen sie dann einfach in mein autohaus und dann sie wir machen ok bis gleich bis gleich ich hoffe die überraschung braucht uns länger als 15 minuten hm ja eigentlich schon aber können wir auch noch später machen dann du zeigst uns erst die überraschung und wir no dios mio no das ist aufsteigen no warte no 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 aussteigen und mitkommen no das sieht aus wie ein hafen richtig du hast dir nicht gekauft ein boot oder richtig ein segelboot ich zeig's euch ich warte im auto naja komm mit jetzt komm noch mit warum du kaufst dir ein seines boot weil das schön ist warum du kaufst dir keinen helikopter weil ich dafür das geld noch nicht habe und deshalb du kaufst dir ein seines boot ja oje ich warte hier die raja hat angst verboten der wird die ist wird ganz ganz leicht seelkrank und es wird so scheiße wir sind zu dem herr miller aber prinzipiell wird das sehr lustig weil die raja wird über der reling hängen das nütze alles nischt so wieder die tastatur auf englisch umgestellt das passiert mir irgendwie ständig das ist nicht dein seines ernst könnt ihr einsteigen steckt mal rein ja es ist der gigant ist auf diesem boot ach ja dafür ist muss trinken ein bisschen bisschen tequila vorher ok machen wir anders mal dann stecke ich jetzt aus und pack es wieder ein sie werben einen termin von hinten her kann man einsteigen raja komm einmal nur ein stück oje ich glaube sie hat ich glaube sie ist nicht ganz seefest glaube ich nicht ganz seefest weißt du wie schnell so ein boot kentert nein das kentert nicht seh und dann dann kommen die eier und sie fressen dies und sag du bist dort ach raja seh und außerdem wenn du so viel bricht auf eine boot weg in die wellen dann du hast wenig wasser in deinem körper und dann du bist auch tot ok ich muss mindestens zwei tequila vorher trinken na gut dann steige ich jetzt aus und wir müssen zu diesem reisautos ok du kannst uns nachher dein penis ersatz boot zeigen dann später ich hab mich über den herrn hill du hast es gemacht wegen seinem auto und mein gesellschaftspartner kauft sie sein boot ja es ist der wer will gut also nach sunrise sie ist einmal seit der haus und gegen 20 20 30 bekommen diese flassen zum panja ok wollen wir erst uns ein stempeln ich meine ist ja arbeit ne brauchst du dringend geld nachdem du dir hast gekauft dein penis ersatz boot wenn ich ehrlich sein soll ja und es ist kein penis ersatz boot seh natürlich es ist ein penis ersatz boot es ist sowohl ein penis ersatz ja das denkst du auch ist es nicht ist es wohl ok es trinken nachher 1 2 3 4 5 degila und dann ist es kletterer auf dem boot dann ist es dunkel ne aber wir haben einen termin in die sunrise ja so du wirst es erst ein stempeln ja dann also erst zum zum unicorn und dann ja genau hey wir sind synchron eingestiegen du kannst uns dein penis ersatz boot nachher zeigen du bist so gemein ne ich hab mich so gefreut als du dir dein auto leisten konntest sie ist freue mich auch dass du dir das motorrad hast gekauft aber jetzt hab ich mir ein boot gekauft aber jetzt hab ich mir ein boot gekauft ey vanilla unicorn hat gut gewinn gemacht der arme enzo ey die reihe ist so gemein manchmal na du nimmer hi ja so ein bisschen bin ich gestern auf den geschmack gekommen kochen wo wo du da im vanilla bleiben dann oder wie hast du das vor was habt ihr denn vor wir haben geschäftstermin jetzt in diesem reis autos ja dann bleib ich hier okay mach sie warte ist auch es wenn du möchtest du kannst darauf machen die laden ja gut dann lassen wir türen gleich auf aber du denkst du denkst daran dass du die leute dann durch sucht ich tatsächlich gar nicht das mit dem durchsuchen dafür so gehen oder muss es nicht auch so secki miki anziehen wie du okay es kann so gehen ja dann ist würde kurz die mitteilung raus sie können dass das von unicorn hat geöffnet nee wir lassen zu wegen der vor der durchsuchung ich habe angst dass die leute verkloppen sie ist was der du musst das auch nicht ernst nehmen mit dieser suchung meine ganz im notfall du kannst du meine polizier rufen ja gut stimmt aber dann kannst du es rein schreiben ich mich ein stempel sie ist tempel ist ein und es gibt die mitteilung raus super wir warten noch kurz hier okay dann bin ich ja jetzt mal gespannt was der herr miller uns anbietet ich habe keine ahnung von die autos ja ich so ein bisschen noch irgendetwas teurer so dass wir die lose verkaufen können für zwei drei tausend euro ja auf jeden fall warum du hast sie gekauft ein boot du weißt genau das ist spinselkrank ich dachte das hast du dir ausgedacht wenn es dann pressen muss wenn ich bin auf deine boot ist freu mich für dich dass du hast eine penis ersatz bot aber wenn ich dann pressen muss hältst du meine haare ja wenn kein anderer da ist mache ich das ja okay du hast meine haare wenn ich pressen muss gut aber unter einer voraussetzung du nimmst es ab jetzt nicht mehr penis ersatz bot aber das ist gar nichts was pressen vielleicht das rutscht mir raus dann schmeißt ich dich über die reling okay er sie wenn irgendetwas ist er ruft die cops und ansonsten du könntest natürlich auch den felix mit ran holen felix wolfs und die medicina ja wenn was ist melde ich mich oder oder misst das lump kriege ich schon hin und ich habe dir nachrichten geschrieben wegen die zwei vip gründen ja hast du gesehen habe ich gerade gekriegt ja ich lese gleich mal das ist ein herrscher und retter und herr miller aber bei herr miller wir sind jetzt okay okay dann bis nachher ist mir und wenn ich es manchmal aus der seelände penis ersatz bot und mit direkt dafür entschuldige dann ist es in ordnung das ist ein ganz schön großes boot kannst du überhaupt mit einem boot umgehen ja ich habe eine fahrschule gemacht hast du plan heute nachmittag so praktische prüfung hast du mir eine von seiner äpfel mitgebracht das habe ich vergessen tut mir leid die haben die wohl geschmeckt sonst können wir ja nicht bezahlt weißt du stimmt wir fahren jetzt immer zu sein als autohaus und dann gucken uns bei autos an weil eines von denen werden wir dann verlosen ganz schön noble gegend hier sehr gut dann wollen wir mal hinzu denkst du mir das zum geburtstag ich möchte nicht wissen was das kostet müsste haben auch guck mal doch ein bugatti no es müsste denn also ein moment ich bin gleich für sie da ja mein gott sind das noble fahrzeuge ich bin sehr froh dass du mir sens zu einem auto zum geburtstag das habe ich nicht gesagt ich habe jetzt momentan kein geld mehr weil du dir hast gekauft ein penis ersatzboot ja dann ist so genau ich mag das wort penis ersatzboot ich alles gut ja sind sehr noble kann ist richtig der atlante kostet auch nur drei millionen also den übrig haben können sie ihn schenken er senkt mir das roter den f12 oder den erzähl das gar keine ahnung was für mercedes aber hier ein bogatti chiral 2019er modell baujahr der baujahr nicht modell können sie auch kaufen ist auch schön was kostet ja ja wirklich wissen alles gut dann du weißt wofür du sparen kannst um es mir zu senken so ein auto ist denn da denn es habt ihr gesagt dass autos will also der bogatti chiral also wenn sie sich festhalten kann sich festhalten kostet 3,1 millionen 3,1 millionen ok und der f12 620.000 das geht doch noch ok der kostet nur 20.000 mehr als mein oberst hier draußen steht hättest du dir nicht gekauft ein penis ersatzboot du könntest mir den senken ein penis ersatzboot ist das ich habe mir heute im boot gekauft als penis ersatz nein ist das links eine jacht geworden segelboot also auch schön jetzt war kies heißt das modell ich bin das verzeiht so kommen sie mit setzen sich am besten hier hin ich habe keine lust mich an meinem schreibtisch zu setzen ah vorbei warten sie dann setzen wir uns doch da hin das ist doch perfekt das habe ich mir auch gedacht ich glaube ich sitze auf den schoß genau ups irgendwie so tief so ist besser hier du hast ja eine sehr warme sauce ich muss mich mal anders hinsetzen was in dem stoße sinken ganz schön ein ja das ist ja auch aufgefallen das gefällt mir nicht so ich möchte ja so ach so sie haben das unterkissen gefunden ja so dass der eigentliche termin ja verstehen sie mich noch naja alles gut so der termin war ja ich habe ja gesagt ich würde gerne ihnen ein auto zur verfügung für ein los event was sie dementsprechend machen können so haben sie sich da selber schon mal gedanken darüber gemacht wie sie das vielleicht machen wollen ich habe keine ahnung von autos aber es kann gut lose verkaufen von autos muss ich auch keine ahnung haben also die habe ich ja in dem sinne ja also wir würden dann lose verteilen wo dann die teilnehmer dann ihre namen drauf schreiben würden die würden wir dann in den lostopf schmeißen und dann am späteren abend dann halt den glücklichen gewinner ziehen aber die verlosung wird über einen längeren zeitraum gehen so dass wir bei einem längeren zeitraum mehrere lose verkaufen und dann mittels seines richtigen events ja genau die auslosung direkt im unikon machen wird mehrere also was was ich mir auch vorgestellt hätte also ich kann auf jeden fall gern mithelfen was so konzept angeht umsetzung würde ich dann so ein bisschen rein ihnen überlassen einfach um sie dahingehend zu unterstützen weil sie auch sozusagen mit einem club event treiber sind ich bin als autohaus dementsprechend nur der sponsor was einige sachen angeht das heißt wenn sie auch geld so also in dem sinne geld sollen haben oder geld brauchen um irgendwas umzusetzen sagen sie mir bescheid das ist kein problem falls sie irgendwas mit autos machen wollen ein event mit autos sei es ein kleines rennen oder rally rennen und sie brauchen dafür autos dann können sie mich das auch wissen lassen ich habe kontakte dementsprechend dazu kann die sozusagen eben dementsprechend beantragen und dann das hatten wir tatsächlich im laufe der zeit auch vor ähm nur ich bin nächste woche erstmal im urlaub deswegen wir versiebern das dann aufs peter wir sind in urlaub ich bin ja auch sieh du bist auch ein paar tage weg ja gut ähm ja wie gesagt also wenn sie sich da auf jeden fall was gedanken zu machen wie das eventuell ablaufen wird ist das auf jeden fall sehr gut ähm ja das wir tun ja ja wie gesagt äh falls sich verleiher erstellen sollten denke ich mal ähm ähm müsste der müsste der klär also müsste sich auf jeden fall irgendwo ein bisschen drin erwähnt sein dass ich äh natürlich ist sie wird in der closer dezente werbung für mich ähm das reicht mir in dem sinne als gegenleistung äh weil ich brauche jetzt weder Geld, was sie durch die Lose einnehmen, noch sonst irgendwas. Ich verdiene mein Geld sehr gut. Ich habe ein gutes Einkommen. Deswegen, sie haben auch so einen sicken Anzug. Ja. Das heißt, mein Anzug ist nicht schick. Deiner sieht nicht aus wie der Teppich von meiner Oma. Du hast jetzt nicht den Anzug als Teppich von deiner Oma bezeichnet. Der Teppich von meiner Oma war sehr schön. Achso. Okay. Ja, der hing da so. Und dann habe ich mir gedacht, vom Kauf von den soll ich nicht. Ja. Ne. Genau. Die Sache ist... Ich musste das mit dem Anzug noch bringen. Konzept. Also, da würden wir uns was überlegen, ja. Und wie gesagt, wir würden das auch dann so machen, dass wir die Lose dann über so ein, zwei Wochen dann anbieten werden. Und dass wir dann die große Verlosung dann an einem Samstagabend machen. Ich denke mal, da werden alle Zeit haben. Ja. Und dann hoffe ich mal, dass die Leute schöne viele Lose kaufen werden. Ja, das ist sehr gut. Genau, das Fahrzeug. Haben Sie sich vielleicht schon mal so ein bisschen selber Gedanken gemacht, was Sie so... Und das ist dein Part-End-Shop? Ne, also da habe ich mir bis jetzt noch keinen. Also, im Sportwagen soll es das schon sein. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich hatte mich jetzt auch bei Ihnen im Autohaus auch noch nicht so umgeguckt, was Sie so anzubieten haben. Und, ja. Also, der F12 da vorne und der Bugatti, das ist ja schon mal so das, was man gut versteigern kann. Ich weiß nicht, ob Sie so viel Wert abgeben wollen. Den Bugatti auf jeden Fall nicht. Das sind 3,1 Millionen, da mache ich Minus mit. Ja, okay. Was ist mit einer Oldtimer? Oldtimer geht in dem Sinne... Klar, also, ich sage mal so, Autos ausschließen, ich habe jetzt meine Liste ja hier offen, Autos sozusagen über... Ich sage mal, knapp eine Million sind raus. Da mache ich kein Geschäft mit. Das hole ich... Okay. Das ist in dem Sinne für mich jetzt nicht ganz so schwer einzuholen. Mann, ich wollte mit Raja ein bisschen Privater P machen. Da haben wir ja Geschäftstermin. Wobei der F12, ich meine, das wäre ja dann in so in den Rahmen da drin. Der war erst jetzt schon so richtig in Langweil drin. Und der sieht ja auch schnittig aus und schick. Also, mir gefällt der auch. Nicht nur der Raja. Das ist richtig. Und Fahrzeuge, die dementsprechend auch so einen großen Wert haben, sind halt auch relativ begrenzt. Die möchte ich halt dann auch nicht einfach so verkaufen. Wie gesagt, ähm... Ja, drunter würden... Ich kann Ihnen die Fahrzeuge aufzählen. Ich habe noch einen Bugatti Chirot 2017 der Baujahr. Der würde da drunter fallen. Der kostet nämlich 3 Millionen. Der 2019er würde da drunter fallen. Der kostet 3,1. Der Atlantic kostet 3 Millionen, der jetzt in der Mitte steht. Der würde rausfallen. Dann habe ich noch einen König Zagiesco, das schnellste Fahrzeug. Dementsprechend, der fällt raus mit 3,7. Und ich habe noch einen Bugatti La Voltio Noir für 4 Millionen. und der fällt... Ich habe gar keine Ahnung, wovon er redet. Genau. Sonst hat man eigentlich freie Sachen und wie Sie auch schon gesagt haben, ich bin selber auch der Meinung, dass ich ein hochwertiges Fahrzeug auf jeden Fall verlosen möchte. Allgemein um auch ein paar... Also... Ich habe ja schon ein paar Kunden, die dementsprechend schon Autos geholt haben. Und ich glaube auch, dass es interessanter für die Staatsbürger hier sind, wenn man eben halt auch ein schön hochwertiges Fahrzeug was man sich eben mal so schnell nicht leisten kann. Richtig, genau. Freier hält die Fresse, die hat keine Ahnung. Eine Liste mit den Fahrzeugen, die Sie zur Verfügung stellen würden, hätten Sie jetzt nichts zur Hand. Hätte ich gerade nichts zur Hand. Wir könnten aber dementsprechend ein paar Fahrzeuge durchgehen. Das ist nicht das Problem. Da können Sie einmal mitkommen. Ja, zeig mir, was du hast. So, was ich jetzt... Ja, die Reihe... Autos heben die tatsächlich gar nicht so an, die Reihe. Sie findet ein paar Autos schön. Ja, die hat ja... Achso, ihre Wunschautos, aber... Also, der... Sieht aus aus Mr. Pinkett. Ihr Achtziger. Ich seh da wie ein Typ. Ferrari würde da runterfallen. Der kostet 670.000. Aha. Meinst du, Sie können sich mal schnell eine Liste machen? Ich hab jetzt keine Hand mehr frei. So, dass Sie sich einfach so ein bisschen auf 488 Ferrari aufschreiben. Also, ich sag Ihnen so ein bisschen die Stichnamen und dann... Der ist auch sehr, sehr schick, ja. Darf ich mal um das Auto herumgehen? Ja, ne? Kann ich auch reinsetzen. Also, 488 Ferrari, ja? Ja. Okay. Ja, ich wollte eigentlich Freizeit-RP machen, aber wir haben jetzt so ein Geschäftstermin. Er hat aber schon seinen Anzug beleidigt. Hallo, die Anne. Das Fahrzeug ist offen. Dann würde ich mich mal einmal kurz reinsetzen. Ja, ja. Er wird nie wieder da rauskommen, der alte Mann. Das ist nicht so schlimm. Die werden irgendwann eingesammelt von meinen, äh, Heinzelmännchen. Ah. Und dann die ziehen die Leute, die nicht aus dem Auto gekommen sind, raus? Ja, die, äh, werden denn auch gegessen. Ach, seht. Okay. Irgendwie klemmt die Tür, also ich krieg's die Tür nicht zu. Alles gut. Ähm, genau. Sie haben sich aufgeschrieben. Zeh. Gut, dann... Oh. Ah. Das war ich aber nicht. Es geht darum, welches Auto wir verlosen können. So, genau, dann wäre das der Ferrari F12. Das ist mein Auto. Das hängt mir hinzu. Nein. Werdet es so lange nerven, bist du im Missing. Ja, warum glaub ich das nur? Da musst du aber noch ein bisschen gedulden. Also zu seinem Geburtstag schaff ich's nicht. Warte. Okay, ist da benotiert. Gut, dann... Ach ja. Lass das Radner gehen, also... Chief Ruth, hallo! Grüße dich. Wie geht's euch allen? Gestern war noch sehr langer Abend, tatsächlich. Die Reihe war ja noch... Wissen Sie, was der Spitze macht? Im Polizeilabor und... Wie bitte? Ich frage doch nicht so viel, ich will Privat-RP machen. Bei dem F12? 238. Oh, okay. Die war ja noch im Polizeilabor, hat sich du das Praktikantin einfach mal vorgestellt. Ich will dir dieses Auto nicht kaufen. Der fährt 238. Im Gegensatz zu dir ist kein Auto fahrend. Aha, okay. Ja, dann. Ja, dann hätten wir einmal einen Mercedes-Benz AMG Black Series. Mein Gott. Liegt im Wert von 500.000. Bist du schön. Ich meinst du das Auto. Hallo, Brian. Hallo. Moin, Enzo. Hey, hola. Moin, moin. Ja, wir haben gerade einen Termin bei Herrn Miller. Ja, ich habe gleich auch einen. Ja, Biel. Business läuft, habe ich gehört. Hey, see. Ja, wenn du es vermisst. Ja, ich war ein paar Tage nicht da. Ah, kürzlich. So, haben sie aufgeschrieben? See. Perfekt, dann hätten wir ein Lamborghini Veneo Roadster. Ein was für ein Ding? Lamborghini Veneo Roadster. Ich kann nicht mehr wissen, wie man das schreibt. Ich sehe, ich habe es so geschrieben, wie ich es spreche. Sehr gut. Darf ich mich da auch mal reinsetzen? Natürlich nicht. Klar, setz nicht rein. Sie können sich in jedes Auto reinsetzen. Da passiert nichts. Die werden gereinigt. Der nimmt sowas ernst. Ja, viele nehmen manchmal meinen Humor ernst. Ach so, sie waren lustig. Naja, es ist ja obvious, dass sie sich da reinsetzen können. Die Ausstellungsfahrzeuge, die können weder gefahren werden, noch irgendwas anderes. Das sind ja Fahrzeuge, die mir geschickt werden, die nicht wirklich fahrtüchtig sind. Setz nicht in den Schoko gegangen, weil die Rewe. Wenn die Leute denken, sie können Autos klauen, dann können sie das gerne machen, aber das Auto fährt nicht. Ah, okay. Dann können sie sich da gerne reinsetzen und können ein bisschen tun, als ob sie ein Hot Wheels Auto in der Hand haben. So, wumm, wumm. Kommt alles vor, alles Sicherheitsmaßnahmen. So, jetzt mach schneller, ja. Ich hab auch noch extra Autos für Robofahren. Der Raya hat noch was vor. Die haben nämlich viele Kilometer drauf und die verkaufe ich nicht, weil viele Fahrzeuge von mir werden komplett neuwertig gekauft. Außer Alte, die man jetzt nicht neuwertig kaufen kann, weil sie nicht mehr produziert werden. Aber die haben dann wenig Kilometer und sind sehr gepflegt. Da ist jetzt nicht viel Wert drauf. No. Dann... Dann... Dann machen wir die Tür ab. Da-da-da-na-na-na-na. Dann war das der... Herr Raya sieht richtig aus wie eine Businessfrau, ne? Heute. Du musst jetzt... Doch, bei der Groß ist auch schon. Und das ist der Lamborghini Urus. Urus? Auch ein Schick. Für Offroad-Fans heute, ne? Urus. Urus, ja. U-R-U-S. Ja, Offroad würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt mehr ein SUV. Die können damit schon mal ein bisschen... Ja, sagst du. Es ist halt... Ich hätte den Enzo alleine schicken. Ja, ich wollte gerade sagen... Die Raya hätte den Enzo alleine schicken. Nicht den Montchiliat hoch eigentlich. Also, sie könnten es gerne machen, wenn sie das Geld dafür haben. Aber sie brauchen halt auch denn extra viel Geld. Also, die zerreißen sich das komplette Auto. Mit Spukum, Witzer und Wirbel laden raus. Ja. Also, wenn sie... Sehr gut. Wenn sie jede Woche damit... Ja, das lobe ich mir. Wenn sie das Geld haben, also wenn sie, sage ich mal so, 1,6 Millionen... 1,2 Millionen haben, sodass sie das Auto sich immer neu holen können. Ne. In der glücklichen Lage bin ich nicht. Oder noch nicht, sagen wir mal so. Wo muss ich hin? Ja, pass auf. G-Food kommt vorbei. G-Food kennt da nichts, weißt du? Setz dich ins Auto und dann geht das los. So. Haben wir. Okay. Und dann gibt es ein Mercedes-Benz SL-65 AMG Black Series. Nochmal langsam, so schnell kann kein Benz treiben. Ein Mercedes-Benz SL-65 AMG Black Series. Mehr Buchstaben, sie könnten auch nichts darin packen, oder? Ah, nee. Okay. Ich glaube nicht, dass das der Herr Miller gemacht hat, sondern... No, ich rede ja auch von den Autofabrikern. Achso. Dann auch einfach ein paar Buchstaben aneinander rein. Ja, dazu musst du aber erst ein Auto bauen. Das machst du nicht. Gut. Dann muss ich Ihnen ein Fahrzeug sagen, kann Ihnen das aber nicht zeigen, weil das bei mir gerade nicht existiert. Obwohl es in meiner Liste steht. Aha. Ja, es hängt noch im Zollfest, da bin ich seit Monaten dran. Man, man, man. Ich vergesse das immer wieder. Ähm, ja. Das wäre einmal der Lamborghini Sian. S-I-A-N. Und dann könnten Sie dementsprechend einmal das Kopieren und dahinter den Roadster schreiben. Das ist nämlich die Roadster-Variante davon. Den Unterschied wissen Sie hoffentlich? Ja, ja. Ich kenne den Unterschied. Also, vielleicht für die Dame, weil Sie ja gesagt haben, Sie kennen sich nicht so viel aus. Ähm, die Roadster-Variante ist sozusagen die Cabrera-Variante. Ah, okay. Du hast gelernt auf jeden Fall. Okay. Werde ich in fünf Minuten vergessen haben. Das ist nicht so schlimm. Roadster sind auch meistens nur zwei Sitze. Ja, wobei Lamborghini sowieso nur zwei Sitze macht. Ai, ai, ai. Danke, Sachse, für den Bitte. Außer der U-Bus jetzt. Außer der U-Bus. Mein Gott, jetzt hört doch auf, über so viel Autos zu reden. Das ist ja SUV und das ist ja Sportler. Super Sportler. Weil ich habe nur so einen kleinen Notizzettel genommen. Ich glaube, der macht nicht so viel. So. Ähm, genau. Dann hätten wir... Ändert sich der Preis nicht? Doch mal. Letzt mal gucken. Es kann sein... Ich dachte, das ist schon der Name. Dass es möglich ist, dass der Speedtail verlost werden kann. Maglaren Speedtail. Aha, okay. Ach, wie heißt das Ding? Speedtail? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Preis halt dementsprechend nochmal ein bisschen groß wird. Das ist auch ein Einsitzer. Den nimmt... Da, wobei, den kann man nehmen. Wie wird das geschrieben? Äh, Speedtail meinen sie? Oder... Nee. S-P-E-E-D. Okay. T-A-I-L. Ah. So wie es war es. Korrekt. Ja, okay. Wie gesagt, den können Sie vielleicht notfalls in Klammern setzen, weil da weiß ich nicht, ob der jetzt, ähm, unbedingt noch mit reingenommen wird, weil ich glaube, da ändert sich der Preis nochmal. Da muss ich sowieso mit dem, ja, mit dem Vertragspartner nochmal sprechen, weil der ist in meiner Liste relativ billig, in Anführungszeichen. Und das ist noch einer Einsitzer, weil da noch zwei, zwei Sitze noch nebendran sind noch. Nee, ist ein Einsitzer. Ah, okay. Okay, okay. Ja, wahrscheinlich... Der ist für Menschen ohne Freunde. Den kauf ich dir. Da kannst du alleine fahren. Da brauchst du mich nicht mehr nerven, wenn ich bei dir mitfahre. Nee, dann hab ich's mal ne Ruhe. Genau. Und ich auch. Du kannst dann mit deinem Boot hinterher duckern. Tja, mag schauen, wo du dann hinfahren willst. Überall komm ich mit meinem Boot auch nicht hin. So, dann würde ich dementsprechend jetzt mir nochmal ein paar raussuchen, weil jetzt alle... Ich würde jetzt noch mehr aufziehen, aber dann wären wir bis morgen nicht fertig. Ich find bis jetzt immer noch die Ferraris ein bisschen. So, dann würde ich... Wobei die Mercedes ja auch nicht schlecht waren. Ja, du entscheidest das. Ich hab keine Ahnung. Können wir ja dann später mal entscheiden. Notfalls ziehen sie lose, packen sie alle auf einen Zettel und dann... Ja, genau. Ähm... Ja, das ist ne Lamborghini Aventador. Lamborghini Aventador. 750 S-V-J. Was für ein Ding? 750 S-V-J. S-V-J. Lamborghini Aventador. Aventador. Das S-V, das weiß ich, das steht für Super Veloce. Das J kann ich leider, weiß ich jetzt leider nicht. Das ist mir auch egal. Gerade im Moment würde die Reihe ja sogar lieber an der Stange hängen. Ja, das ist halt, ähm... Tuning-Form. Mhm. Ist das ne Carbon-Motorhaube da vorne dran? Oder täuscht das jetzt nur? Ah, nein, Entfer, hör doch auf. Ich geh doch später auf Gangstelle. Ja, hier regnet es ziemlich oft. Ah, ich weiß auch nicht warum. So, ähm... Dann würde ich dem entsprechen. Mhm. Oh, nee, das, äh... Interessieren euch Autos? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also, jetzt nicht so zum Gucken, aber so... Ein Auto nach dem anderen angucken, dass man sich eh nicht leisten kann. Interessiert euch das? Also, der ist es auf jeden Fall jetzt nicht, ne? Wenn ich wundern. Okay. Aber auch ein Klassiker. Dotschweiber. Mhm. Ja. Jetzt aufschreiben wir doch nicht? Ja, wenn sie es noch mit aufschreiben, dann können sie es ja machen. Ja, schreib mal mit auf, Räger, Dotschweiber. Okay. Auch die Farbe ist schick. Nur bei Oldtimer. Ich hab die bis jetzt immer nur in Rot gesehen, aber in Silber sieht ja auch schick aus. Der Punkt ist halt der, in dem man kann sich die Kamen eh nicht leisten. Also, wahrscheinlich früher oder später könnte man sie sich schon leisten, wenn sie auf dem Server, aber ähm... So, genau. Äh, das, äh, SRT10ACR ist ja noch dazu. Machen sie einfach SRT10 dran. Nee. So, genau. Dann hätte ich jetzt... Mit Wohnungen. Ah, okay. Also, du guckst dir so Videos an oder so von... 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 ...Panthäusern und so ein Spaß. ...wahrscheinlich wieder in... ... in Klammern gesetzt. Ja. Gut. Ähm, sind sie soweit? Ja, ich bin auch soweit, ja. Das wäre wahrscheinlich jetzt das Nonplusultra, was sie denn verlosen wäre, würden, wenn sie sich dafür entscheiden. Das ist eine Lamborghini Centenario im Wert von 900.000. Das ist sozusagen die Grenze. Mhm. Äh, Centenario. Centenario. Mario. Wenn ich Ihnen das beschreiben soll, sagen Sie Bescheid. Ich schreibe einfach so auf, wie ich das presse und dann musst du eins wieder übersetzen. Sehr gut. Ja, passt ja. Wenn sie sich denn für eins entscheiden. Es hören sich ja ganz dann keine Fahrzeuge. Fahrzeuge gleich an, dass das gut ist. Der ist wirklich sehr schön. Der wird auch irgendwann bei mir stehen. Der ist komplett aus Carbon, ne? So wie es ausschaut. Dann bist du froh, dass du das hast, was da... Ja? Ja, in der Variante. Aber es gibt halt schon geile Winterhäuser, ne? Und so, also wirklich geile Wohnungen, das der Hammer bekommt. Achso, okay. Und ich meine, ja, weißt du ja, ich wohne ja in der Nähe von München. Aktuelle Wünsche noch nicht so machen, weil mir fehlen die Mechaniker und vor Ort machen die das da nicht. Und dann kommst du in eine 40, 45, 70, 50 Quadratmeter Bude. Der Pagani, den kann ich selber nicht aussprechen. Ne, das ist gut. Hamburgs-Tabären-Selter. H-U-A Wie? Y-R-A Roadster. Davor, also ich weiß nicht, haben sie Pagani-Feuer vorgeschrieben? Ne, hab ich's gemacht. Sehr gut. Ja, das wäre natürlich den auch in Klammern. Der kann sein, dass der nochmal ein bisschen teurer wird. Ob der über eine Million geht, kann ich ihm nicht sagen. Das ist wie mit dem Speedtail. Oh, streichen Sie mal bitte komplett, der wird wahrscheinlich größer, mehr, mehr, mehr kosten. Ja, okay. Dann muss ich mir auch nichts überlegen, wie man den ausspricht. Richtig, finde ich auch nicht. 70, ja, stimmt, du warst ja aus, dann ja, von München, ja. Ich bin grad nochmal kurz, äh, wach geprüft. Stimmt, da war ja was. Wie geht's dem Mannequin? Ach, Mr. Schlumpf ist auch da. Herr Schlumpf und der, der rechts, also, der Schlumpf kennt ihr ja schon, der rechts an dem ist Brian. Nachnamen hab ich vergessen. Den haben wir oben am Tabakfeld mal kennengelernt. Äh, das ist, ähm, Raya nennt ihn Herr Söckenmann. Aus offensichtlichen Gründen. Ich weiß nicht, warum... Oh, gibt's schon das nächste Auto? Nee. Ich weiß nicht, warum er die Socken so trägt, aber es ist Mr. Söckenmann. So, okay. So, wie viele Fahrzeuge haben wir jetzt insgesamt? 5, 4, 6, 8, 10, 11, 11 Stück plus das eine in Klammern. Der ist später ja noch, ne? Nee. Den können sie auch rausstreichen, der wird für sie auch nicht so teuer. Okay, also, 11 Stück. Ja, das reicht doch erstmal. Ja. Ne, da werden wir uns dann jetzt mal Gedanken drüber machen. Und dann, äh... Also, es hat meine drei Favoriten. Okay, ja, kannst du mir ja später sagen. Mhm. Wie lange haben sie denn deine Lieferzeiten? Oder sind die sofort... Drei Tage. Drei Tage? Ja. Okay. Also, sie sollten drei Tage vor Event, äh... Beginn sozusagen Bescheid sagen. Am besten vier Tage. Weiß was sein sollte. Mitte Zoll und so, ja, ja, ja. Neuer Zoll hab ich keine Probleme. Okay. Aber, äh... Er muss morgen arbeiten, verkauft es auf einen Sonntag, freut sich total. Das Schiffchen kann Probleme machen. Mhm. Also, das ist doch die Hauptsache. Er verkauft es auf einen Sonntag, kenne ich wie früher. Ich habe auch mal im Einzelhandel gearbeitet und ich habe verkauft es auf eine Sonntage gehasst. Ich habe sie wirklich gehasst. Und die kamen dann und haben irgendwelchen Scheiß gekauft. Mit denen arbeite ich jetzt jahrelang schon zusammen, dementsprechend. Weißt du, die haben irgend so einen... Okay, dann kauft es auf einen Sonntag Massen und die kaufen... Ich war im Möbelhaus und haben dann Kerzen gekauft. Genau. Ja. Dann... Sehr, okay. Haben Sie jetzt noch, äh, können Sie sich gern mal ein bisschen, äh, überlegen, was Sie als, äh, Fahrzeug sich aussuchen wollen, was Sunrise Ihnen sponsert für Ihre Firma. Sehr, sehr gut. Danke. Ja. Und wir halten Sie auf dem Laufenden. Ja, perfekt. Sehr gut. Ja. Dann, gracias. Ja, danke. Gerne doch. Okay. Gut. Und vielleicht bei Gelegenheit, Sie können Ihnen so ein paar Tipps geben, wie die Kleidung. Natürlich. Ciao. Ja. Okay. Ich will Sie noch. Hallo, Mr. Schlumpf. Willst du dir ein Auto kaufen? Ich wollte mein Bestelltes abholen, wenn das, wenn es schon da ist. Hä? Ist das ein gemütlicher Zweisitzer? Das ist, ja, es ist ein gemütlicher Zweisitzer. Sie ist sehr gut. Äh, Sie, wir sind fertig. Wir sind fertig soweit, ja. Okay. Ja, ich wollte mal gleich vorbeikommen und an meinem Club gucken kommen, wenn es okay ist. Ja, natürlich. Ja, klar. Ich habe ja deine Nummer, rufe ich gleich an. Ich hole nur gerade mein Auto ab. Okay. Super, bis gleich. Ja, wir sind da, wir sind da, kannst kommen. Du hast ja Vera bei Endrock im Übrigen. Sehr gut gemacht. Oh, danke. Die Reihe ist einfach so unhöflich. Das kann man zumachen. 20, 30. Ja, natürlich. Bis gleich. So. Ja, okay, bei Lebensmitteln, wir hatten halt, also war halt Möbelladen und dann halt also Deko-Scheiß und so. Und, ähm, da haben die dann halt wirklich irgendwie, wirklich in Packung Tierrichter gekauft. Und haben sich dann noch beschwert, dass sie eine Stunde an der Kasse anstehen mussten. Da war ja ein Auto schöner als das andere. Sieh, also tatsächlich, mir habe ich trotzdem gefallen an die Ferraris am besten und dieser Lamborghini Centenario. Okay. Der letzte, dieser dunkelblaue, weißt du? Mhm. Die wären Fahrzeuge, worin meine Mama ihre Tochter sehr gut aussehen würde. Okay. Ja, Preise hätten wir uns auch vielleicht aufschreiben sollen noch so, aber ist egal. Einmal zurück zum Unicorn, dann kommt nämlich der Typ dann gleich, bringt den Champagner, den muss Raya dann noch bezahlen. Und dann hatte ich trotzdem noch die Hoffnung, dass ich heute ein bisschen, also wir machen zwar den Club, aber dass ich heute trotzdem noch ein bisschen Privat-RP wenigstens mit dir machen kann. So ein bisschen wenigstens. Muss ich hier runter? Keine Ahnung. Das heißt, das hast du diese Kosselung. Das ist eine gute Frage. Ich erfahre mich ja jedes Mal, ne? Traurig aber war. Ich habe nichts gesehen. No, ist auch nichts. Hier rechts, hier rechts! Zu spät! No! Scheiße! Hier rechts! Oh man! Die Kreuzung ist richtig! Ich kann mich auch jetzt wieder verfahren! Die ist richtig beschissen einfach! Rechts! Ja! Ah ja, 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 jetzt weiß ich es auch wieder! Rechts! Die ist weiß wieder! Langsam, langsam! Links, 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 links! Der ist drittes Klasse aus dem Auto! Um 20.30 Uhr der Sambagna-Händler kommt! Das war knapp! Na, da war noch Platz! Kommst du? Das musst du nur zusammen aufs Banden! Ja, 20.30 Uhr der Sambagna-Händler kommt! Und ähm... Kommt er hier hin oder? Ja, er kommt hier hin! Okay! Wir sind wieder da! Super! Hallo! War absolut nichts los! Okay! Es kommt nachher gleich noch was! Dann ist ein Kunde! Wen haben wir gerade beim Autohaus getroffen! Okay! Und deinen Senior Schlumpf! Na! Und was hat er was erzählt? No! Ne, der wollte sein Auto abholen! Der hat sich ein Cabo-Lay bestellt und draußen regnet's! Ne, und das ist sehr gemütlich, hat er gesagt! Na! Na, da hoffe ich auch eine Spritztour! Seh! Natürlich! Ich gebe mich mal wieder ausstempeln! Nein, warum? Ja, weil ja nichts los ist! Du kannst ruhig eingestampelt bleiben und vielleicht passiert ja noch was! Eben! Es sei denn, du möchtest mit Senior Schlumpf rumhängen! Nö, alles gut! Der ist doch auch im Dienst! Ne! Ja, der kommt gleich noch hier hin! Ich gebe... Oh, Entschuldigung! Ich gebe mal noch eben... Sobsen ist ruhig! Tut mir leid! Senior Miller hatte einen Anzug an, der sah aus wie die Deppichs von meiner Oma! Nicht im Ernst! Weh! Oh mein Gott! Aber das hast du ihm nicht gesagt! Doch! Oh! Habt ihr trotzdem Auto gekriegt zur Verlosung? Nö, sieh! Ja, er hat uns elf Stück vorgeschlagen und wir sollen jetzt insidern, wer ist das Auto? Und es war fußballlangweilig, weil er endlich irgendwelche Fragen zu dir als Autos gestellt hat! Ja, toll! Seh! Ja, ich hab ihm gesagt, aber ich hab ihm auch gesagt, dass der Deppichs von meiner Oma war sehr schön! Ja, hast du grad nochmal die Kurve gekriegt! Seh! Meinst du, ich sollte vorher nachdenken, bevor ich rede? Aber so kennt man dich! Okay! So! Und mit dir und Senior Slumpf, wird das was? Oder willst du doch abwarten und Distanz bitte entscheiden? Ich warte mal noch ab! Okay! Sonst war ja immer in Arbeitskleidung und man hat sich zwar als das erste Mal getroffen, aber ja, ich weiß nicht, mal gucken! Okay! Vielleicht das bieten sich ja noch bessere Alternativen! Ja! Wir warten mal ab! Okay! Ich bin auch in einem Schloss unter Sesslis! Sowohl Autavio als auch Felix! Wie sagt man? Machen, machen den Hof? Ja, sagt man so! Okay! Das sind wie kleine Sesslis fliegen! Ja, das hat man schon gemerkt! Okay! Ah, der Simpaniehändler ist da! Ach ja! Raja, die romantische! Die romantische. Schau! Ich bin zumal! Die romantische Rapper! Sehen wir mal 5.000 ab! Aber vom Firmenkonto. Und das wird nur noch sein! Aber vom Firmenkonto. Hallo. Kommen Sie, es regnet's. Furchtbar. Das ist wirklich furchtbar. Wollen Sie mit reinkommen, vielleicht was trinken oder so? Ah, ich hab noch so'n Termin. Ich würd vielleicht danach kommen. Okay, dann warten Sie, jetzt nehmen wir mal meine Tasse. Ja, weil die sind jetzt nicht schwer. Si, okay, wir hatten 5.000, er hat dann gesagt, ja? Richtig. Und dann bitteschön. Die Flasche. Gracias. Ja, ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass wir wirklich regelmäßig bestellen, immer wenn die Flaschen alle sind, nachbestellen und so. Ich denke, wir können da eine längerfristige gesellschaftliche Beziehung aufbauen. Das ist gut, ja. Okay, vielen Dank. Und dann viel Spaß bei Ihrem Termin. Danke, danke, und man hört sich. Ja, wir hören uns. Und Sie haben meine Nummer wegen der Bestellung. Si, si. Genau. Okay. Dann eines für den Abend noch. Tschüss. Danke, ebenfalls. Hm, das war höflich. Die Reihe kann auch höflich. Magst du Champagner? Ja. Wirklich? Das kann man mal probieren, ne? Warte, es gibt ja... Ich verrate es nicht zu nissen. Ich verrate nix. Krieg was zu trinken. Was möchtest du denn? Ein Bier. Da wird die Champagner gepackt hier in die Kühlstrang, wo auch die Cola und so drin sind. Oh, war der schon da? Seh. Und das ging auch schnell. Sie ist halb 5000 von die Geschäftskonto abgehoben. Ich hab 6000 abgehoben, aber nur 5000 bezahlt. Ich muss 1000 wieder eins lassen. Okay. Okay. Ich hab ihm gesagt, dass wenn die Flaschen alle sind, vielleicht wir bestellen dann später nochmal nach oder so. Mhm. Ja, dann, sehr oft stimmt das. Ja, Elvira, tanz! Ah, Elvira, wegen diesem Assloch von gestern, ja? Ja. Ähm, also ich hab darüber mit Enzo gesprochen. Und wer benutzt denn, wenn der sich nochmal so benimmt? Oder irgendeinen dummen Spruch drückt, dann bekommt er Hausverbot. Ja, wenn der nochmal auftaucht, dann werde ich ihn zur Seite nehmen. Und werde ihnen sagen, dass sich mehrere Mitarbeiter beschwert haben. Und dann werde ich ihnen sagen, wenn das nochmal vorkommt, dann ähm, gibt's Hausverbot. Ich danke dir, Elvira. Ja. Äh, bitte. Der mit dem weißen Pullover. Seh. Genau der. Ja. Er hat, als ich getanzt habe, er hat auch zu mir gesagt, ich soll ihm zeigen meine Spalter und mein Pissloch. Das geht gar nicht. Äh. Das geht gar nicht. Deswegen werben sie denn, wenn der sich weiter so benimmt, dann bekommt er so gut. Das finde ich gut. Äh. Also hast du einen Favoriten von die Autos gehabt? Hm. Ja, also die Mercedes fand ich auch sehr schön. Gerade die Black Series. Das waren zwei. Mhm. Der erste. Wie hieß der erste noch? Mercedes-Benz AMG Black Series. Genau. Also den würde ich nehmen, dann wie du sagtest, die Ferraris waren schön. Beide oder nur der zweite oder der erste? Die waren beide eigentlich schick. Okay. Der 488 war schick und der F12 war auch schick. Dann ich markiere die auch mal. Wobei die Lamborghinis auch alle sehr, sehr, sehr geil waren. Ich meine, ich würde jedes Auto nehmen, was er da stehen hatte. Hast du gesehen, wie geil die alle aussahen? No, es war abgelenkt von seinem Anzug. Der aussah wie Omas Teppich. Ja. Sah wirklich ein bisschen aus wie ein Teppich. Aber Raya muss ja sofort immer was sagen, was sie denkt. Ich habe gesagt. Ich habe gesagt. Mein, der Oma. Der, nein, nein, der Oma. Der Deppich von meiner Oma ist sehr schön. Un, dos, tres, cuatro. Ah, der Hillhof dann. Gehst du ran? Vanilla Unicorns ist präsent mit Raya. Hallo. Sagen Sie, ähm. Sie? Haben Sie eine Angestellte namens Elvira Bandicoot? Sie? Sie ist neben mir. Sagen Sie, fährt die einen roten Kleinwagen? Seh, der hatte einen Unfall und leider Bennys war nicht zerreißbar. Ähm, okay. Hatten Sie vielleicht eine Telefonnummer von der Person? Ähm, seh, einen Moment. Oder ansonsten sollten wir ganz kurz bitte die Leitstelle anrufen bei uns. No, ich gebe Ihnen eine klassische Nummer. Okay. Ähm. Vorwahl ist klar und dann dreimal die Neun und eine Eins. Okay, ich danke Ihnen vielmals. Sehr gerne, Herr Hill. Ähm. Dann, äh, danke ich für die Auskunft und ich rufe mal Ihre Kollegin an. Wie machen Sie das? Und wehe, sie muss jetzt hier weg. Sie ist gerade eingestampelt und sie arbeitet. Ähm. Dann sehen wir dann, ob sie hier weg muss. Okay, okay. Pass auf. Gut, kurz. Der Herr Hill ruft das Gleis an wegen deiner Autor. Okay. Er ruft schon an. Hallo? Hallo, Herr Hill. Ja? So. Die Vira hat sich nämlich, ähm. Der steht da, ich hatte einen Unfall und habe mich überschlagen und bin da gelandet. Genau. Hat sich überschlagen und, ähm, jetzt stand das Auto noch da, weil halt Bennys nichts erreichen war zum Abschleppen. Äh, ich habe in der Werkstatt angerufen, aber es war keine erreichbar. Ja, nützt ja nix. Ja. Ja. Okay, weiß ich Bescheid. Dankeschön. Tschüss. Was wollte der jetzt? Leppern dir das jetzt ab? Ja, die schleppen mein Auto jetzt ab, äh. Er wollte mich in Kenntnis setzen, ähm, weil das kostenpflichtig ist. Nee, der Herr Hill stinkt. Das hätte ich auch mal, hätte ich auch mal fragen können, wie es mir geht, aber das ist ja nicht wichtig. Ah, der ist mir auch. Moment. Hm. 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 Ja. Ich weiß jetzt, ist bei ihm gesetzt. Ja. Ich treffe mir meine Nachricht. Äh, Raya, ich stempel mich jetzt aus. Ich muss, muss noch was erledigen. Sehen wir, viel Spaß mit Herrn Slumpf. Bis denn. Tschüss, schönen Feierabend. Okay. Euch später auch. Ja, wir halten hier die Stellung. Ist ja nicht stressig momentan. Ist ja nicht stressig momentan. Noch nicht. Kann ja noch werden. Ja, hoffentlich kommt noch was heute. Ja, wenigstens so ein bisschen noch. Was machst du? Ah ja. Sie ist treibend in Herrn Hill. Das er unfreundlich war. Ja. Wie es hier geht nach dem Unfall. Sie können noch was von mir lernen. Ja, da bin ich mal auf die Antwort gespannt gleich. Sie, das ist Herr Asloch, der antwortet garantiert nicht. So, also wir hatten die zweiten Ferraris, die Mercedes, Benz, den ersten und ich würde den Lamborghini Centenario, den blauen, den fand ich wirklich sehr, sehr schön. Der noch gerade eben in den Rahmen mit drin war. Si, si. Der war wirklich schön. Und dann ich würde aber tatsächlich sagen 5.000 Dollar pro Los, wenn wir den nehmen. Ist das nicht ein bisschen zu wenig vielleicht für solche Autos? Ich meine, die kosten fast eine Million. Ich würde schon fast sagen, dass wir pro Ticket vielleicht so 6.000, 7.000 nehmen sollen. Ah, see, Herr Hill hat geantwortet. Jetzt bin ich gespannt. Ach, kommen Sie, Son. Ich bin gest der Rest von der Arbeit und hab's gerade nicht so mit Höflichsein und vor allem nicht mit Frauen. Er hat's nicht so mit Frauen? Na ja, gut, dann steht er halt auf Männer. Ist ja auch in Ordnung. Ah, wenn sie zurückkommt, äh, wir müssen sollen uns liebe Grüße sagen und er entzuldigt sich dafür. Äh, was? Ich hatte jetzt gerade, waren gerade den Gedanken. Sie, er hat doch geschrieben, richten Sie bitte liebe Grüße aus, ich entzuldige mich dafür. Aha, okay. Ich hab ihm jetzt geschrieben, Sie haben es nicht so mit Frauen, das ist doch kein Problem, Herr Hill. Ist keine gutaussehende Männer. Und das ist ihr einen, ich hab noch geschrieben, wer das machen, wegen die liebe Grüße. Mhm. Ah, das nächste Mal, wenn ich überfache eine gelbe Linie, es werde was sein, ist verhaftet. Wahrscheinlich, ja. Aber ich hol dich da raus. Er schreibt, ich passe. Jetzt spielt er auch noch Fußball. Oder Football, da gibt es auch Pässe. Ich frage. Jetzt nervt der Mann nicht, der ist im Dienst. Er muss ja bloß nicht antworten. Ich hab geschrieben, spielen Sie etwa auch Football? Ach ja, Raja. Ja, ich weiß auch nicht, wenn er schreibt, der passt. Ich dachte, er ist im Dienst. Ja. Wie kann er denn passen, wenn er ist im Dienst? Vielleicht spielen die im Dienst Football, weiß man. Und das ist möglich. Um sich fit zu halten. Aber so sieht er nicht aus. Nee, das stimmt. Aber der Held war das nicht, der nach Mossos riecht, ne? No, das war Herr Parker, der rieß nach Mossos. Ach ja, der Parker war das genau. Den hab ich auch schon länger nicht mehr gesehen. Nee. No, er spielt Tisthenes. Okay. Er hat geschrieben. Nein, aber gelegentlich Tisthenes. Frag ihn mal, ob er auch Taschenbillard spielt. Aber schreib nicht, ich soll sie von Enzo fragen. Obwohl, ist egal. So. Hallo Danger. Ich habe geschrieben, ich wusste nicht, dass man da auch passen muss. Also bei Tisthenes. Also, ja, es wusste nicht, dass man da auch passen muss. Und ich nehme an, dass sie ein Billard können sie auch sehr gut. Hast du mich jetzt gerade machen lassen, etwas unhöfliches? Unhöflich nicht? Nee. Bisschen unanständig. Okay. Willst du mir jetzt dein Benes Ersatzboot nochmal zeigen? Dann wir machen kurz Pause hier. Hm. Jetzt im Dunkeln? Hast du Angst? Ich nicht. Dann mache ich seine Pause Mitteilung, ja? Okay. Auf geht's. Behältst du die Leitstelle? Achso, wir haben ja beide die Leitstelle. Ja. Okay. Das ist gut, dass es regnet, wenn du mir zeigst dein Benes Ersatzboot. Ja. Habe ich auch gerade gedacht, jetzt bei dem Wetter. Aber vielleicht es wird ja noch schöner. Ja. Mal gucken. Äh, jetzt fragt Felix. Moment. Sag, wir sind nicht da. Wir haben zu tun. Felix schreibt, komm mit Gleis Unicorn, muss nur kurz was wir genau durchsauen. Sag, wir sind auch noch unterwegs. Könnte noch ein bisschen dauern. Ich schreibe, wir machen gerade Pause. Ja. Vielleicht, wir machen auch keine Pause. Ich habe nichts gesehen. Oder willst du? Wenigstens mal eben gucken, das ist ja Schlumpf, warte mal eben. Wollt ihr schon Feierabend machen? Ne, nur eben Pause. Achso. Ich wollte Raya meine neueste Errungenschaft zeigen. Der hat ein Benes Ersatzboot gekauft. Oh, Respekt. Ist nur eine kleine Segeljacht, nur ganz klein. Na dann, zeig mal den Hammer. Wolltest du mit? Ne, 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 ne. Okay. Mach dir mal. Bist du auch seelkrank? Äh, ne, das nicht. Aber mach dir mal. Okay. 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 Bis gleich. Jo. Du musst wieder eingeben in die Navi. Ja, okay, mach ich. Gib sie mir mal rüber. So, da hast du's. So. Genau, der Enzo hat sich ein Penis Ersatzboot gekauft. Das ist Raya's Interpretation des Ganzen. Das gucken wir uns jetzt nochmal in Ruhe an. Weil der Enzo sich so drüber freut. Du kannst hier sofort links fahren, du brauchst da nicht da hinten parken. Die Reihe ist mir auf den Wurzstein gesetzt. Na, das müsste aber parken in eine Parklücke. Okay. Ja. Das ist Dennis. Ja, das ist Dennis. So heißt das. Patz, patz, patz. Na, guck mal. Patz, 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 patz. Wie ein kleines Kind. See. Willkommen zurück, Chifrut. Wie viel hast du für dieses Boot bezahlt? Patz, 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 patz. Willst du das wirklich wissen? See. 48.000. No, okay. So, Moment. Ja. Ja. Wird man, kennt sich da mal jemand aus? Wird man seekrank, wenn man nur drauf geht? Ne, man wird erst seekrank, wenn das Ding fährt, ne? Also hier so im Hafen müsste es eigentlich noch okay sein. Wie er da runterplatscht. Wenn ich's lande in dem Wasser, wirst du mich retten? Gehst du? Ah, ja? Kannst du an den Bord kommen? Äh. Kann doch gehen. Ja. Und hier ist wir auch. Gut. Setz dich. Und genieß die Fahrt. Wir fahren jetzt wirklich los? Ja. Oder wollen wir hier stehen bleiben? Äh. No. Das ist gut. Will nach vorn. Oh, die ist. Warte, wann ist das schnell? Okay. Warte. 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 climb. Warte. Alles gut. Warte. Alliacal��. Aber nichts. Warte. Obrigieren. Ich bin nicht sehkrank. Ich weiß nicht wie das funktionieren. dir geht es wirklich gut war ja ja kurz an die passion wir fahren auch nur eine kleine ruhe raya bitte den kopf über die reling halten alles gut bei dir hast du vielleicht eine tüte ich muss mal gucken kurz an die motivation gibt es keine kotz animation das wäre ja wirklich haurig hier hast du das ist geht ich habe weiterfahren ich habe hinter geschluckt okay wir fahren noch ein stückchen weiter da hinten kann ich besser drehen ich glaube wir drehen wiederum das ist besser glaube ich ich muss aufpassen dass mir nicht wirklich schlecht wird du hast versprochen du hast meine haare wir drehen wieder um es hat keinen sinn man es gibt keine kotz animation was sind das ich bin das ersatzboot ist scheiße nein ist es nicht ooooh es ist voller ooooh 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 Scheiße, ich kann nicht... Oh nein, ist zurückwärts! Du musst eine andere Lötibumsen auf dieses Boot. Elso? Elso? Elso ist aber gebrochen auf die Vordeckung. Oh nein! Ja, ja! Wart du! Mir ist swimless! Ich helfe dir hoch, komm! Du stähst auf meinen Haaren! Oh! Komm, ich helfe dir hoch, komm! Genau, es bleibt einfach hier liegen! Nein, jetzt komm! Genau, es bleibt hier liegen! Ach, jetzt macht dir der Regen nichts, ja? No! Mir ist swimless! Du kannst doch jetzt hier nicht liegen bleiben! Doch, es kann wohl! Siehst du, wie es kann! Warum du kaufst denn nichts Sönes, sondern so ein dufes Boot? Du hast gesagt, du wolltest dich jetzt ansehen! Du stets dann wieder auf meine Haare! Elso? Ja? Mir ist swimless! Ja, dann komm! Ich möchte ein Eis! Okay, du kriegst ein Eis! Vanille-Eis mit Schokosträusel? Vanille-Eis mit Schokosträusel? Du weißt nicht mal, wo du das herbekommst! Doch! Woher? Von den Verkäufer am PD! Na, der hat kein Eis! Elso! Jetzt komm hoch! Na, es musst du nicht! Gut, dann bleib liegen! Ich pack mal eben das Auto in der Garage! Was für ein Auto? Ach, das Auto! Jetzt kriegst du mich schon ganz durcheinander! Mann, das Boot! Das bin das Ersatzboot? Ja! Okay! Ah! 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 Kommst du jetzt? Wohin? Zum Vanilla! Komm! Ich helf dir hoch! Ich muss gleich ins Vanilla Unicorn! Weil ich muss was essen! Manu, du bist so gemein! Und es ist wirklich dringend! Sonst liegen wir beide gleich hier! Okay! Zicke! Gähm. Du bist ne Zicke! Enzo ist ne Zicke! Enzo ist ne Zicke! Enzo ist ne Zicke! du bist ein mädchen da hast du es stimmt das hast du sehr gut erkannt wie kann man von so ein bisschen schon schlecht sein du fährst ja auch werden folgt aha du warst viel zu schnell und dann du hast die ganze welle so seitlich genommen das ist alles hat gewackelt das ist normal auf ja sie ist eine kleine die war jetzt sind wir beide klatschen was sie wegen der wegen mir seh du spinnst doch jawohl das kann ich auch erst sehen lassen es wird dir so gefallen davon aus ich bin zu jung um zu verstehen was sie damit meinen ok wie alt ist denn der hill selber geschrieben wie alt sind sie denn sie sehen aus wie 40 felix kommt dann nachher trotzdem vorbei ok ich muss wirklich gleich ganz dringend was essen Oh, Dankeschön. See, weil ich bin so eine Sicker, es gebe dir Essen. Ja, der End so hat es nicht leicht mit ihr, ne, also es ist wirklich, das muss man schon mal so sagen, wie es ist, es ist schwierig. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so schnell fahre, die Fuchs hält nämlich die Reihe wirklich gern an. Ich weiß nicht, ob die im Dienst ist. Ich weiß nicht, ob es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, ich weiß nicht, ob es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist mir ein werde kann natürlich sein anschlag auf das verüben es war keine absicht wie das sagen alle außer und außerdem steigt man erst dann aus dem auto aus du hast gestanden und dann ist ein ausgestiegen und du hast es dann sieht ihn noch mal loszufahren ja weil ich noch nicht gestanden habe weil du die gelegenheit nutzen wolltest nein ist das eine polizeisierende ja da ist der verhaftet nicht weil es gesagt habe bisher sieht aus wie 40 das wäre lustig was wäre daran bitte lustig dich mal ein hand stellen mal wieder zu sehen da lustig wieso weil ich das lustig finde immer ein stück nach hinten okay das muss ich jetzt nicht verstehen oder was das war lustig was soll das was ist er mir gezeigt was ist lustig meine nase auch jetzt hör doch auf zu heulen kannst mich mal wo denn was denn so um Um... Was muss er denn jetzt hin? Okay. Ähm... Dann kann die Reihe A erstmal was essen. Und ich würde sagen, die nimmt sich wahrscheinlich noch etwas raus. Ah, schön. Ähm... Hm... Hm... Ja, Raya? Ich bin wieder in die Unicorn. Was ist? Ich bin wieder in die Unicorn. Jaja, ich bin gerade nach dem Auto schauen. Ah, okay. Ah, Herr Schlumpf ist auch da. Ah, Herr Schlumpf ist auch da. Wir sehen uns nachher. Bis dann. Wie, wow, danke. Ja... Ich habe auch einen normalen Namen. Sieht, aber den weiß ich nicht. Ja, Mark. Mark. Hallo, Mark. Hi. Kannst du mal eben mir einen Gefallen tun? Na klar. Kannst du mal eben meine Nase gucken? Ich glaube, die ist gerade angeschwunden. Na klar, komm mal rum. Smeo, Smeo, es habe dir nur einen kleinen Kopfstoß gegeben. Oh, komm mal her. Ich guck mir das Ganze mal an. Ach, ja. Na, guck mal. Na, warte mal. Mach mal den Kopf hoch. Sie ist noch dran, also ist alles gut. Ja. Ja. Nur eine kleine Verstauchung. Warte. Ich packe dir mal ein Kühlpett drauf. Oh, vorsichtig, das kalt. Ja, danke. Ja, bitte. Oh. Sollte schon. Sie... Sie gibt mir einfach den Kopf los. Mensch, Reier. Nichts, einfach so. Du warst Fress. Du hast mich provoziert. Soll ich jetzt hier Streitschlichter spielen? Na, willst du was trinken? Das liegt unter meinem Budget. Ich nehme eine Cola, bitte. Ich muss Geld holen. Und ich krieg nichts? Was du willst. Ähm, äh... Ein Bier. Na, du bist im Dienst. Ja, ich gebe dir ein Bier. Die kriegt das alte Abgestandene von gestern. So. Wenn ich jetzt wegen dir eine blaue Nase kriege. Dann wäre das sehr lustig. Dann passt du perfekt zu mir mit meinen Haaren. Na, super. Dankeschön. Wird das denn? Dankeschön, was bekommst du? Ähm, von dir normalerweise 30, von dir 50. Nein, 30. Ach, komm. Also das... Warum wollte ich das machen? Was soll ich damit? Ah. Oh, Kassius. Den hat er. Wie lange muss ich jetzt das Kühlpack auf der Nase haben? Ja. Sehr lange, weil das klingt sehr schön. Hä, hä, hä. Ca. Ca. Zehn Minuten, damit einfach die Schwellungen abklingen. Okay. Das war ein liebevoller, kleiner Kopfstoß. Ja, ja. Da war nichts weiter dabei. Ich werde mich irgendwann dafür rächen. Das sage ich jetzt. Apropos liebevoll. Wo ist Ellie? Äh, ich weiß nicht, sie wollte Feierabend machen tatsächlich. Ach, schade. Ich weiß nicht, ob sie nochmal wiederkommt. Sie hatte irgendetwas zu erledigen. Na gut. Weiß ich wirklich nicht, tatsächlich. Kennst du, hat sie es dir gesagt, ob sie nochmal wiederkommt? Nee, sie weiß auch nur, dass sie was erledigen wollte. Oh, weißt du, was ich jetzt wirklich gern hätte? Nein. Dass du mir eine Geschichte erzählst. Nein. Ja, bitte, mir auch. Ja, erzähl uns eine Geschichte. Eine Gute-Nacht-Geschichte. Nein. Bitte. Ich wollte dich nur lustig machen über mich. Nein. Nein. Wir wollen eine Geschichte hören. Ne. Ach komm. Doch. Ihr könnt mich mal einschalten. Und wenn ich es bitte sage. Einschalten. Aua. Na, tut's weh? Nein. Es juckt. Okay. Dann ist was ich höre. Es meh, meh, meh. Ich werde dich fesseln. Und dann werde ich eine ganze Runde mit meinem Boot um die Insel fahren. Ja. Komm mit. Den verstehe ich nicht. Sie wollte mein Boot sehen. Da habe ich sie mit aufs Boot genommen, ja? So. Und wir sind gerade aus dem Jachthafen raus. Ja. Der Insel will missfesseln und entführen. Was? Was machst du jetzt? Der Insel will missfesseln und miss auf seine Boot entführen. Raya. Hör auf. Nicht auf. Weil er ist gemein. Oh Raya. Wenn jetzt die Polizei kommt. Krassias. Oh nein. Nein. Na es kommt nicht die Polizei. Aber die ist könnte auch anrufen. Wen hast du denn angerufen? Moment. Na ja. Auf jeden Fall. Wir sind gerade aus dem Jachthafen raus. Da fängt die an zu kotzen. Na sie hat doch aber gesagt, sie wird schnellseekrank. Na ja. Aber sie wollte unbedingt aufs Boot drauf. Ja es wollte nicht unbedingt. Du wolltest unbedingt dein Penis Ersatzboot ausfahren. Das ist eigentlich ein Penis Ersatzboot. Das ist ein Boot als Penis Ersatz. Ah. Oh. Das ist wie ein Penis Ersatz Fahrzeug. Sei es der Polizier. Geht nicht ran. Enzo. Ich fühle deinen Schmerz. Ja. So. Und dann lag sie auf dem Boden. Und dann habe ich ihr versucht aufzuhelfen. Aber sie wollte sie nicht helfen lassen. So. Du hast nicht versucht mehr aufzuhelfen. Du bist auf meine Haare getreten. Und dann hast du gesagt, Raya steh jetzt auf. Ja. Aus Versehen. Ja. Weil ich aufzuhelfen musste. Sonst hätten wir beide da gelegen. Aus Versehen. Zwei Mal. Oh. Meine Nase. Ja komm. Eine kaputte Nase ist kein Beinbruch. Haha. Sagt der, der eine heile Nase hat. Ja. Aber er hat Rest. Das ist wirklich kein Beinbruch. Jetzt. Jetzt. Ne. Komm mir nicht so. Ellie hat mir vorhin auch eine gezimmert. Einfach so. Was hast du ihr angetan? Ich habe nichts gemacht. Aus heiterem Himmel. Bald zieh die Faust und klatscht mir eine. Du hast sie bestimmt versucht anzufassen. Gib es zu. Genau. Sie hat gesagt, er hat es nicht versucht. Und es gab auch keine Kuss. Vielleicht stand sie unter Schock. Unter Schock sagen manchmal manche Opfer auf was Falsches aus. Ja genau. Oder du hast sie an einen furchtbaren Ort gebracht und sie fand das nicht schön. Nein. Wir waren am Observatorium. Sie hat aber Grematorium gesagt eben. Haha. Genau. Was habe ich mit ihr? Ja genau. Aber sie hat gemeint, da war eine schöne Aussicht. Ich war schon ein wenig schockiert, als sie sagte, das war eine schöne Aussicht beim Grematorium. Ja, Ellie ist besonders. Ja. Ich merke schon. Ja, das stimmt. Mann, beim nächsten Date, kann ich nicht irgendwas Besonderes machen? Hm. Mh. Mount Siliad? Ja, da waren wir schon. Ach, da wart ihr schon. Ja. Hm. Ich kann dir ja mal ein Boot leihen, wenn du einen Bootsführerschein hast. Das ist ein Deal. Das mache ich. Aber frag sie vorher, ob sie seekrank ist. Ja. Das muss ich wohl. Ich muss auch erst das Vordeck schrumpfen. See? Die Titte war so klein. Was? Die Titte war so klein? Die Titte. Oh. Kann ich das Kühlpack jetzt wieder runternehmen? Ja, kannst du runternehmen. No, 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 no. Oh. 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 Wie geht's zur Nase? Ja, es tut noch weh, aber... Ich mach doch wie ein Mädchen. Willst du was gegen die Schmerzen haben? Ja. Ein Tequila. Haha. Ja, okay. Ich mache dir. Willst du auch einen? Ja, einen. Geht auf mich. Und das da draußen für eine kleine Pisskarre. Hallo? Was? Ich glaube, ich habe mich wohl verhört. Wieso? Kleine Pisskarre. Der ist geil. Ich habe meinen Skyline jetzt... Das heißt, Enzo, es verstehe dein Problem. Ich habe meinen Skyline umstornieren lassen und habe mir jetzt ein erstes Acht dafür geholt. Okay. Enzo, ich glaube, du solltest die Tequila lieber selber machen. Okay. Geht's dir gut, Raia? Ja, ja. Nicht selber trinken, Raia, ne? Das hat Enzo gestern schon gemacht mit dem Tequila. Ich musste nur probieren. Ich musste es nur kurz essen. Ja. Ja. Weil ich wollte mir Chief of Police keinen schlechten Tequila geben. Also habe ich schon nochmal genippt. Ja, das wäre ja. Enzo, mach den Tequila bitte selbst. Okay. Puh. Es ist guter Tequila. Stehen jetzt beide RTWs unten am Autohaus? Nö, ich habe den erst acht, kann ich erst in drei Tagen abholen. Achso. Ah. Schöner Sportwagen. Ich verdiene ja doch mehr. Jetzt hast du aber dringend lach. Ich hoffe. Oh. Ach, ich nehme doch einen Morito. Ich habe den Tequila probiert. Ja, ich habe auch schon zwei, drei hintereinander getrunken. Da war ich aber weg vom Fenster. Wolltest du dich eben hinten ein bisschen hinlegen, Haia? Na, dazu muss es aufstehen. Und wenn es aufstehen muss, dann muss die Erde aufhören sich zu drehen. Ja, Felix hilft dir bestimmt. Genau, Felix hilft dir. Ähm, Marc, wolltest du noch was trinken? Mhm. Ja, ich wollte mit dir zusammen eintrinken. Tequila wolltest du, ne? So, ich helfe dir hoch, ja. Ah, das ist. Komm bitte. Oder willst du auch einen Mojito? Wir haben noch gerade einen. Ich nehme auch noch einen. Ja, dann gib mir einen Mojito. Hauptsachs knallt. Ah, die hast mir ja. Ja. Wir hatten das doch schon mal mit der, mit der Welträtsel. See, die Welträtsel ist ganz, ganz sehr. Warten so. Du. Ja. Ah, die hast mir ja. Ah. Ah. Das ist gut. So, ich muss nur kurz hinlegen. Bleib bei mir nicht die Augen zu machen jetzt, ja. Okay. Kannst du die Erde noch ein bisschen fester halten? Ich halte, ich halte dich ja und nicht die Erde. Aber ich drehe mich ja nicht, die Erde drehe dich. Hm. Dann versuche ich die Erde festzuhalten, ja. Ah, okay. Was hilft das? Ach, sie. Oh. Huch. No, noch nicht so, was das ist. Sie dreht sich immer noch. Dann kann ich nicht viel machen, leider. Die Erde muss sich erst mal ausdrehen. Ja, die ist ganz schön wild. Ja, ja. Ja, es wird langsam besser. Ich hole mir jetzt doch kein Skyline mehr, ja. Wieso nicht? Weil ich gemerkt habe, dass ich doch zu viel Geld verdiene, um mir ein Skyline zu kaufen. Okay. Ich hole mir jetzt ein RS8. Und warum nicht den Ferrari F12? Hätte ich mir holen können. In Rot. Hätte ich mir holen können. Aber da, dass ich jetzt schon den Skyline gegen den RS8 umstorniert habe, denke ich, dass es besser ist, wenn ich jetzt erstmal den RS8 hole und danach mir den Ferrari. Ich wollte hinzu überzeugen, mir das hat es zum Geburtstag zu senken. Wie viel kostet das denn? Viel, ich habe es vergessen. So viel, dass ich es direkt wieder gelässt aus meinem Kopf. War das über eine Million? No. 800.000? No. 300.000? Ich glaube, 500 oder 600 musst du insta fragen. Du weißt das bestimmt noch. Mhm. Ja, aber er hat gesagt, no. Und dann er hat sich ein Penisersatzboot gekauft und mir wird so gleich seekrank. Und er war sehr gemein zu mir. Braust du, äh, äh, brauchst du Kabelbinder? No, ich habe. Du hast? Nee. Was machst du denn mit denen die ganze Zeit? Nee, die habe ich zuhause in meinem Nachtfrank. Ich verstehe schon. Nee? Ich habe die zugesteckt bekommen. Von Octavio. Okay. Wofür? Nee, 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 nicht von Octavio. Das war von Frau Fuchs. Die wollte mir das hinterjubeln und sagen, na, haben wir sie. Frau Fuchs ist manchmal so gemein. Wusstest du, dass Herr Hills spielt Distanis? Der Herr Hills was? Spielt Distanis. Der spielt Tischtennis? Ja. Wieso? Weil er hat geschrieben, also er war gemein zu Elvira, weißt du? Und dann ich habe ihm geschrieben, dass das war nicht nett. Und er hat sich entschuldigt und hat geschrieben, er hat, äh, ist nicht so mit Frauen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich scanne auch gut auf Sintimente, das ist kein Problem. Und dann er hat geschrieben, er passt. Also ich habe gefragt, ob er Football spielt. Und er meinte, no Tischtennis. Ich glaube, das war ein Spaß. Ja. Ja, Hill muss immer dazuschreiben, wenn er macht einen Witz, sonst niemand versteht den. Mhm. Willst du mal meine zwei neuen Ziviloutfits sehen? Okay. Dafür können wir einmal kurz rüber laufen, oder? Das Laufen bringt besser als fahren. Wohin rüber laufen? Dafür müssten wir zum Kleider lagen, wenn ihr hier keinen habt. Okay. Kommst du mit? Okay. Wir laufen, oder? Wir laufen, oder? Es geht schon wieder. Ich warte dann nicht ziemlich, aber schnell um. Wegen die Suhe. Kannst du machen, ja. Nichts gucken! Ja, ich schau nicht. Alles gut, ich bleib hier. Ah, die Raya wechselt ihre Outfits. Ah, so schnell, ne? Das ist ja unfassbar. Jedes Mal drücke ich R. Ähm... Das ist ja. Hmm... Okay? Hm? Hm! Mhm. Mhm. warte ich kann abschließen da geht's wieder die erde hat aufgehört sich so schnell zu drehen das ist schön wir sind mal kurz unterwegs es wird nicht gestrippt im dienst was ist das jetzt eigentlich zwischen euch raya zwischen mir und enzo ne zwischen dir und felix du weißt es noch nicht wieso naja das interessiert mich halt ich bin halt sehr neugierig deswegen du wolltest dass ich es mal zum mundbeutel machen richtig ich diene als wingman also warum als flügelmann ja dann damit ich es euch vielleicht ein bisschen bei der anwarnung leichter mache sagen wir es ist ähnlich wie bei dir und elli also wir wissen noch nicht wo wir stehen ah ok es mag ihn, er ist lieb ja ist er auch ich hoffe nur dass otavio und er ist es irgendwann wieder besser verstehen inwiefern die haben immer so eine angespannte stimmung ich meine so ein bisschen necken gehört doch mit dazu ich weiß nicht ob das ist necken also ich empfand das jetzt nicht so als hätten die eine angespannte stimmung ok dann es kommt nur mir so vor hast du noch genug zu trinken ja ja danke also da fand ich die dieser herr hill geht mir aber heute auch auf der spielt tischtennis der spielt tischtennis mit was mit seinen kleinen hütlis na und dann hat er aber gefragt ob er das in billiard auch spielt ah und macht er nicht na er hat gemeint er ist zu jung um es zu verstehen und dann habe ich geschrieben er sieht aus wie 40 naja dafür hat er ja die frau fuchs oh dios mio äh enzo ja mr hill ist 25 oh ja dann kennt der taschenbillard noch nicht aber er dankt mir für meine netten worte ok ja so bin ich dann muss ich ihm vielleicht erklären was taschenbillard ist oh nein bitte nicht und wenn nur dann bin ich dabei bist du jetzt bereit ist auszuziehen na ja ne strip mit dem dienst aber viel spaß sag der richtige ja oh ich war nicht natt wir laufen einfach kurz ja ist ja nicht weit äh raja ausziehen wollte ich mich jetzt nicht wirklich ich wollte mich bloß meine dienst das könnte meine neue zivilkleidung sein aber dafür du musst es ausziehen um das wieder anzusehen das ist auch eine wahrheit ok und zu der sache ja dass ich nicht schauen soll ich habe genug frauen nackt halbnackt gesehen um meinen dienst zu sein und wasse ja manche ja manche weniger mag was sein der der wingman der wingman der hat gesagt was für wingman ich weiß nicht er will helfen das anbahnen zwischen uns ach so jetzt verstehe ich es ja der octavio hat irgendwie glaube ich auch ein problem damit wenn es ist er meinte er meinte noch tut er mir nicht weh wie noch tut er dir nichts weh er sollte gar nichts wehtun ja ja noch hat er gesagt so wir haben sag mal welches du besser findest ja mhm also einmal habe ich das hier das ist eher so ah snob ja genau und genau und das andere die fliege ist fußball hessels ist mit der ist mit einer rolex ok ich weiß nicht ich bin nicht der beste in outfits zusammenstellen seh sehr aber aber für meine für meine antwortung reicht das seh du siehst aus wie ein ja wie ein snob dann bin ich ja auch in der hinsicht ah du wirst auch sein wie die seff von dem medic department mit mit rolex ok hier an linken arnder funktioniert die auch oder ist das gefälzt sie funktioniert du kannst das gold sogar riechen noo kannst das ich bin eigentlich nicht der der angibt aber irgendwie muss man ja zeigen dass man director vom medic department ist ach seh das stimmt also tatsächlich das zweite outfit gefällt mir besser aber ich glaube so ein ähnliches hat inso auch weil das andere die fliege ist fußball hässlich ja ich mochte sie auch nicht warum du dann hast genommen weiß ich nicht mhm aber das hier ist mein bestes outfit seh mein bestes und einziges seh das sieht doch sinn aus ja aber so kann man ja nicht mal bei so einer besprechung aufkreuzen ja das stimmt ja aber dann den zweiten anzug mit die weste und die kommisse uhr ronex ronex ok 50.000 uhr ist das wert dass du vielleicht den arm hinter dir herslöfen musst kostet 50.000 jesme man verdient gut bei den mediziner ja notfalls kann man sich auch was äh aus der kasse nehmen aber du hast nichts gesagt hab ich auch nicht hab ich auch nicht ok du hast nichts gehört no freust du dich in rs8 fahren zu dürfen mit ersatzschlüssel ok aber ich habe keine Schlüssel du kriegst dann aber eins wenn ich mein rs8 hab oh das ist lieb krass erst weil ich mir dann wahrscheinlich noch einen ferrari holen soll hol dir den f12 in rot überlege ich mir der ist wunderschön dann kriegst du von denen den ersatzschlüssel da auch noch der ist wirklich wunderschön der würde so gut aussehen einer meiner mama ihrer tochter also wenn ich jetzt mal da wie octavio das immer meint sagen gehen würde ja würde ich jetzt sagen octavio würde kein f12 kaufen sie ihr könnt auch euren penis rausholen und gegenseitig die größe verklässern das ist tatsächlich etwas was mich gar nicht beeindruckt ich mag liebe menschen und samanta ja danke 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 junge bist du ein schnellspritzer oder was eben du bist einer von der schnellen sorte ich habe ihr bloß outfits gezeigt und da vorher hat sie es ausgezogen ich habe mal gerade rüdiger gezeigt oh rüdiger ist so lieb ich hoffe du hast das kondom nicht den ganzen tag an wenn dann würde ich es dir geben ja merkst du schon ist das widerlich naja lieber widerlich als wieder nicht ich wollte nur nicht dass du 50.000 dafür ausgibst ich verdiene genug damit du dir ein scheiß auto leisten kannst so bin ich zu dir ich habe mir eine rolex für 50.000 gekauft die ist so schwer die muss ja hinter sich her ziehen an der kette ja er kompensiert damit was raja ich würde acht geben ne das ist so typisch mann ja und ein f12 hole ich mir wahrscheinlich auch bei siehst du siehst du das sind die menschen die was kompensieren müssen draußen steht ein peugeot 206 cc ja was ist das für eine scheißkarre halt deinen maul was hast du dafür bezahlt mark wenn man fragen darf 30.000 oh das geht aber auch schon kennst du was kam das rote auto was ich gerne haben wollte von dir was wie was das kam was das kam kostet ach kam 612.000 ne billig das kaufe ich mir auf jeden fall über 600.000 billig ist die nutte am straßenrand vielleicht bin ich ja eine nutte am straßenrand ja dann bist du billig und was kostest du ne wobei du bist dann kostenlos Felix und du hast jetzt den skyline oder was ne ich habe den skyline abgeschrieben und mir dafür einen r8 reingelassen äh importieren lassen jetzt mit dem bist du jetzt hier ne den muss der kommt erst in drei tagen achso okay ich habe ich habe hier raya schon versprochen einen ersatzschlüssel zu geben für den r ne oh da würde ich aber ähm halt die fresse ich vertraue raya da und ich übernehme alle kosten bitte nicht wieder auf die nase no ich übernehme da alle kosten ich kann auto fahren im gegensatz zu enzo ich kann auch auto fahren hast du motorrad führerschein ja ich habe ich habe lkw motorrad und auto ich kann dir noch gerne zeigen na glaub ich dir mal ich kann ihn dir auch gerne zeigen sieh zeig mal warte kurz ich zeig den erstmal in zu hier na ich will sehen wegen dem geburtstag wegen dem geburtstag der ist doch noch viel zu jung ich bin wirklich sehr jung ja das ist doch verführung von minderjährigen schon wieso minderjährigen dann gucke ich mal eben wo ich den Schlüssel habe jung und erfolgreich besser als du auf jeden fall nur weil ich schon alt bin oder was ja sei froh dass du mich überhaupt hast junge das stimmt aber trotzdem bin ich erfolgreich du bist dein Toyboy ein Toyboy? was soll das denn? Junge wenn du mich gestern nicht gehabt hättest wärst du elendig verreckt hier drinnen mach ich kein Alkohol ja tut mir leid du bist wirklich so du Toyboy hier geh du ran pump du zurück hört komm hast du meinen Schlüssel bekommen für die Abus Abarus mach du das freie Einheit ist verfügbar komm du hast mich beleidigt deswegen machst du das Felix? ja ja ich fahr jetzt runter ne aber vorsichtig ich übernehme alle Kosten bereits wird passieren ok Dienst dann viel Spaß da ist er machts gut 2000er Baujahr ich möchte nur betonen die Raya ist 1987 geboren ja 13 Jahre älter als er das gibt der Raya das gibt der Raya jetzt natürlich so ein bisschen zu denken ne die mag den tatsächlich aber 13 Jahre ist halt schon ne mh 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 wenn wir sich da mal auf die Mauer setzen ich setze mich auf Mauern aber es dient der medizinischen Behandlung oh je so ich glaub die ist schon grad drauf ja ich glaub auch weißt du was sagen Ich bin 13 Jahre älter als Felix. Ja, äh, Frau Fuchs, aber Sie müssen schon, damit ich richtig behandeln kann. Deswegen ist er für gesagt, dein Boy. Das ist so viel, oder? Naja, weiß ich nicht. Liebe kennt kein Alter. Kommt das an. Ja, stimmt. Mir, also, musst du wissen. Den musst du es ja noch anlernen. Ja. Ja, äh, 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 Kleinvieh macht auch erst mal Mist. Ne Taser. So, Enzo, sehr schönes Motorrad auf Enzo. Ja, das hätten wir auch. Gut, so, jetzt weiß ich gerade, Avaros war das, ne? Avaros, genau. Ja, danke schön. Bitte, bitte. Ja. Was sollte das eigentlich mit dem Toyboy? Das hat mich verletzt. No, das war, irgendwie ist nett gemeint. Hola. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber sehe ich als Verletzung. No, das ist keine Verletzung. Toyboy hört sich so an, als wäre ich an der Straße stehen und jeden anderen. No. Nein. Dann du kennst, dann du kennst die Definition von Toyboy-Nest. Herr, hier könnten Sie einen Meter so weit gehen, bitte? No. Enzo, kannst du ihm erklären, was ist ein Toyboy? Ein Toyboy ist, wenn ältere Frauen sich an jüngere Lover zulegen. Ach so. Ich verstehe schon. Also, ich bin kein Sugar-Daddy in der Hinsicht. No. Ne, ganz im Gegenteil. Er hat sie einfach eine Taser-Nachung. Okay. Ist eher Sugar-Mama. Sugar-Mama. Nur ohne Sugar. Sugar-Kid. Diese manchen Taser, die... Sollte die Mama. Vier funktionieren. Ich sehe. So ein Besser. Ist Frau Fuchs schon wieder drauf? Damit hatte Herr Lassat auch schon Spaß gestern mit dem Ding. Habt ihr euch jetzt gegenseitig getasert? Craig Calloway hatte die Taser-Naseln. Ja. Geh aus mir ja. Ich glaube, die Polizei ist ein einziger Chaos, Hoffmann. Die tasern sich selber? Frag mich nicht. Ist das ein Fetisch? Gestern selber erzählt, die Ässe haben... Gegenseit des Morphe umgespritzt. Was? Sag dir, es ist ein sauerer Fendt nach dem anderen hier. Ich hätte da anfangen sollen. Sie, wir geben uns gegenseitig nur Kopfstürze. Und? Ja. Das heißt, wir sind eigentlich noch fast liebevoll miteinander. Das stimmt. Was du hast mit Felix gesprochen? Das ist tatsächlich inkorrekt. Das gleiche, was ich mit Utami gesprochen habe. Ah, sehr. Nenner-Sachen. Richtig. Genau das ist es. Und wenn sie uns nicht ehrlich beantworten... Er war ein wenig geschockt. Ich hab ihnen doch alles gesagt. Wieso? Ähm, ähm... Ja, nein. Ich will der Raya nicht wehtun. Ja, danke. Psst. Was machen die da? Tesern die sich gegenseitig? Ach, ich wollte mir sagen, dass sie es nicht tun, aber ich glaube... Sie, was sein ist, sie will einfach nur mal auf ihn haben. Mann, Mann, Mann. Krieg keinem auf ihn. Ist die süchtig? Ich hab da was von gehört. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Und dann bei der Polizei? Egal, ich hab meine Spalke nicht. Okay. Ich bin doch nicht blöd. Ich seh nur, lass mich... Ja. Fangen Sie jetzt auch noch dran an. Ist... Ich glaube nicht, der ist gerade umgefallen. Ja, Herr Fuchs. Ach, Herr Fuchs. Wird schon. Wer ist denn der andere? Das ist der Hell? Das ist der Hell, ne? Dann ist das der Stinker. So ähnlich. Ist gut. Aber so viel, wie sie aufeinanderhängen, könnte man schon fast meinen, dass sie in den Kollegen hat auch schon Probleme mit denen. Auch sie, wie sie es schreit. Mein Gott. Slim. Das ist wie in einer GZ-Dest-Sendung. Was für eine Sendung? Der bleibt hier. Na, 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 na. Na, 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 na. Das ist ein bisschen. Ah, na, na. Na, na. Ja, ich verstehe. Sie? Wir haben überhaupt nichts gegeneinander gesagt. Ich war. Der Kerl, aber er sagt, Herr Fuchs zu Herrn Hill. Tschüss, Herr Hill. Ist das jetzt so ein Krampf wiedergutmachen oder was wird das? No, ich bin nur hilflos. Aus der Ü40-Sache kommen wir nicht mehr raus. Sag ich ja, wie es ist. Rentner. Sie, das war ein Kompliment. Doch, Rentner. Also, wenn die für die Sicherheit hier in der Stadt sorgen sollen, dann sehe ich Schwarz. Ich glaube, ich muss mir einen Waffenschein zulegen. Sie sind hier für die Sicherheit. Ach, sie machen die Polizeiarbeit im eigentlichen Sinne. Wir sind für die Versorgung, wenn hier irgendwas passiert. Ich meine, gut, dass ihr immer bei uns seid. Ich bin jetzt eigentlich immer hier, weil wir nichts zu tun haben. Deswegen. Wir sind eigentlich schon hier gefühlt angestellt. Müsst ihr keine Berichte schreiben? Akten müssen wir schreiben, doch. Aber das muss jetzt der Callaway machen, weil er die... Ja, aber sie haben den Hill jetzt geschrieben, dass er nicht eingesnappt sein muss. Nicht vergessen dann, die Akte noch zu schreiben, ne? Ja, aber sie müssen doch nochmal drüber lesen, ob das auch so konform ist, oder? Ja, das mache ich dann auch. Ich kann ihn nochmal bearbeiten. Okay. Aha. Er freut sich immer, wenn er eine Akte schreiben muss. Ehrlich? Er schreibt gern? Ne. Aber ich zwinge ihn dazu, weil er auch die Patientin aufgenommen hat. Ja, weil du noch weniger Lust hast, die Akte zu führen. Ich mache schon genug Bürokratie. Ach ja, da hat es mir erzählt, genau. Und heute war eigentlich ein relativ scheißt Tag bei mir. Wieso? Und jetzt habe ich mich noch eingekriegt. Was ist passiert? Ach, bin mit dem falschen Fuß aufgestanden um mich geworden und mit dem Kopf gegengeklatscht gingen. Wie kann sowas denn passieren? Das heißt, so viel wie, man trinkt zu wenig oder zu viel Alkohol. Ah, so wie Ensel. Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Ensel, wir können ja mal Tequilas drücken. Ne. Ich habe heute Morgen schon Kopfschmerzen gehabt. Nicht morgen früh wieder. Also das reicht mir. Und? Ich habe auch immer noch Schmerzen in der Nase. Also lass mal. Hör ich noch mal, dass sie irgendwelche Sachen in der Nase haben, so wie andere am Frankreich. Ne, das hat Marc schon gesagt. Das sind tatsächlich keine Teaser. Hat er dir in der Kühlung so ein Kühlpack gegeben? Ja, hat er. Alles klar. Habe ich zehn Minuten draufgegangen. Vielleicht auch in Therapie beim Herr Wolf schicken. Warum Therapie? Therapie bei Herrn Wolf ist schon gar nicht möglich. Richtig. Okay. Also für das, dass die Frau Fuchs Morphium in der Blutbahn hat, spricht die aber ziemlich laut. Ne, die hatte ich letztes Mal Morphium. Bei einer Behandlung mit, äh, wo sie einen Fluss gefunden hat. Aha, okay. Ich glaube, ich habe gar nicht erklärt. Ja, bitte gerne. Bitte noch einen schönen Abend. So, was, was war denn jetzt mit der, wollte die Morphium? Evenfalls. Wollte die Morphium? Ne. Aber wie so Therapie, ich habe die ja schreien hören. Ja. Weil die sich Taser-Nadeln in den Arm ran, wie manch anderer am Frankfurter Bahnhof die Junkie-Nadeln. Ja, da können sie dem Herrn Lassat ruhig mal Bescheid geben dann, wenn er da ist. Kann doch alles nicht wahr sein. Das reicht mir auch. Ich denke, hier Enzo und Raya sind da der gleichen Meinung, dass die eigentlich nicht für die Sicherheit hier irgendwie garantiert sind. Definitiv nicht. Nur der Herr Hill ist eine engesnapte Leberwurst. Ja. Also, das sehe ich wirklich schwarz. Wenn das die einzigen sind, die gerade hier für Ordnung sorgen, dann brauche ich wirklich einen Waffelschein. Und das Einzige, was Frau Fuchs gut kann, ist Verkehrskontrollen und das dann abstraffen für irgendwelchen Quatsch. Sie sind über zwei gelbe Linien gefahren. Achso. Sie sind ein Kmh zu schnell gefahren, deswegen gebe ich ihnen jetzt eine 250-Dollar-Rechnung. Das ist ja noch wenig. Das waren Schnapsen. Genau, weil wenn du über zwei gelbe Linien fährst. Was musst du zu zahlen, Raya? 415. Weißt du, und dann kleben die uns, Matt, die auch noch immer am Arsch, weil die genau wissen, wenn wir einmal zu schnell fahren, ziehen die uns raus und sagen, da haben wir sie. Könnten uns einfach immer mit Blaulis fahren? Eben. Nee, das würde noch mehr Strafen geben. Ah. Das wissen sie doch nicht, dass ihr nicht im Dienst... Na doch, wir müssen das funken. Ach so, oi. Funke, Ablenkungsfahrt für die Polizia. Ablenkungsfahrt. Das machen wir dann in der nächsten Reihe, wir beide. Ablenkungsfahrt für die Polizia? Genau. Oh, no. Frau Fuchs mag mich nicht. Ich dachte, ihr habt euch angefreundet gestern Abend. Ja, nur weil es auf ihrer Seite war. Hm. Sie war gegen mich, ja. Aha. Nur weil ich gesagt habe, dass sie Morphium im Blut hat. Und das im Dienst. Unglaublich. Nee, das Morphium, das hält drei bis sieben Tage im Blut. Das kann man da noch nachweisen, solange. Und sie hatte eine Behandlung mit Morphium deswegen. Ja, ja. Ich hatte auch früher jeden Tag eine Behandlung mit Morphium und mit Weed. Morphium macht es schnell süchtig. Ja, Weed, apropos. Ach ja? Hm? Mark? Ja? Ach nee, Entschuldigung. Felix? Ich muss da noch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Obersten, also mit dem, mit dem Gericht hier von Agentsen sprechen. Ob man das nicht einrichten lassen kann, dass wir Cannabis auch noch als Medikament bekommen. Das war eine ziemlich streckige Lache. Weil Cannabis als Medikament ist auch zugelassen. Ja, ich habe Schmerzen in der Nase. Nee, das reicht nicht. Hallo, du hast voll ein Alkohol gekriegt. Muss reichen. Ja. Ja, und ein Kühlpack. Er stellt sich wirklich an wie ein Baby. Oder, Mark, was sagst du? Also, Cannabis als Medikament. Ah, weiß nicht. Alles kann, nichts muss. Habe ich gerade das PD gegen eine Wand fahren lassen? Oh, da kommen sie. Die wollen jetzt bestimmt den VW hier rausziehen. Das ist, denke ich, auch. Oder uns überfahren. Also, wollt ihr mit Licht fahren oder nicht? Ist das irgendwie, ist das, wollt ihr mit Licht fahren oder nicht? Also, wenn sie jetzt nochmal ein drittes Mal hier vorbeifahren müssen, ist das eine Runde aus. Das wissen sie, ne? Bitte? Wie kostet? Ich sag ja, wenn sie jetzt noch ein drittes Mal hier herfahren müssen sie für alle hier eine Runde ausgeben. Warten sie mal. Kommen sie mal kurz her, Herr Kavallo. Ja. Ich weiß, ob ich so viel Geld besitze. Ja, bestimmt tue ich das, aber... Ich habe ein Portemonnaie verloren. Hallo. Schönen guten Abend. Abend. Ich bin gerade bestochen. Hat sie dir Geld gegeben? Nein, ich hätte mir ein Bier gegeben. Die dürfen nicht mal während... Die dürfen während der Autofahrt keinen Alkohol dabei haben. Ich glaube, ihr habt zahlende Kundschaft. Ich fahre mal zuerst. Mann, Mann, Mann. Und die draußen bleiben? So, wann mache ich denn jetzt? Ich wollte eigentlich gerade den Joint rauchen, tatsächlich, weil ich mir nämlich die Drogeneffekte angucken will. Die Reihe hat davor schon schon geraucht, aber da waren die Effekte noch nicht so krass. Ich glaube, die Samsee haben andere Effekte drauf. Die würde ich mir heute Abend auf jeden Fall gerne noch angucken. Okay, Reihe wird zu pissig. Auch bei Ihnen bitte die Getränke und das Essen bitte einmal ins Auto legen. Ich wollte keine Fragen haben, ob niemand reinkommen will. Natürlich. Und dann dürfen Sie auch rein. Okay? Kommst du mit? Okay. Danke, Spaß. Tschüss. Tschüss. Ich meine sogar der Lassat hat gestern gemeint, dass es bloß verboten ist, Alkohol während der Autobahn bei sich ist. Sie hat gesagt, in der STV-Uhr steht nichts da drin, dass man nicht betrunken waren darf. Ja, aber man darf kein Alkohol bei sich führen. Du bist sehr leise, kannst du etwas lauter reden? Man kann aber, man darf aber kein Alkohol bei sich führen, so habe ich das bestanden. Sie, dafür ist es wurde auch schon mal angehalten. Ja, dann werden wir wohl mit dem Lassat nochmal reden. Äh, aber tatsächlich ist nichts, also nichts mit dem Fahrzeug angehalten, sondern es war zu Fuß unterwegs mit einer Flasche Whisky. Das ist dann wohl nicht verboten. Doch, der Salvatore, nächste Libaba, hat angehalten und hat gesagt, oh, was machen Sie da? Und dann hat er mich in sein Auto gesetzt und hat gesagt, dass er mich nach Hause fahren soll. Aha. So, hat funktioniert. Da kommt die Irs durch, ja, ja. Jetzt, ah, 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 ah. Ach, Mann. Ah, verstehe ich nicht. Hier ist Enzo die Kundin heute noch rein oder eher nicht so. Weiß ich nicht. Mir ist klar, wie alt ich bin, oder? In der Hinsicht weiß ich es nicht, aber mir ist das egal. Okay. Ich hatte, ich hatte noch nie irgendein Bedürfnis, eine Jüngere oder, oder es unbedingt eine Gleichjährige sein muss. Ah, okay, verstehe. Das ist mir egal. Was ist der? Mir ist bloß der Charakter wichtig. Ja, der ist auch scheiße. Nee, ist er nicht. Hier, guck, der Herr hier vorne hat auch einen sehr guten Charakter. Hallo, willkommen zurück. War ich jemals weg? Hm, gefühlt nicht. Willst du was trinken? Guten Abend. Hallo. Ja, klar. Wollt ihr was trinken besser? Ja, ich glaube, mein Kollege gibt einen aus. Seinen Nacken. Ach, das geht doch auf meinen Nacken, wenn ihr wollt. Was darf es sein? Das wird gleich zum Stirnacken kommen. Ihr habt den Whisky da. Okay. Wo, oder bist du ihn gemisst? Pur. Du auch? Nein, ich nehme alkoholfrei. Das nennst du ausgeben auf seinen Nacken? Okay. Ich muss noch fahren. Dann sag mal einem Mimimi-Geschäftspartner, was du alkoholfreies müsstest. Das macht dir eine Whisky. Mimimi-Geschäftspartner. Das bezahlst du aber selber? Nee, alles gut, ich gebe aus. Ich mache eine Runde als Mimimi. Ich verdiene nicht schlecht. Aber Sie trinken keinen Alkohol, oder? Nee, ich trinke keinen Alkohol. Ja, passen Sie auf, dann nehme ich noch einen Alkohol. Auch eine Whisky? Äh, Moment. Ich schaue mal. Tequila haut gut rein, sage ich. Getränkeliste nochmal. Bitte kein Tequila. Ich habe immer das Bedürfnis, diese Flasche selbst annehmen und zu führen. Nein, geben Sie mir den Kognak. Da haben wir leider Lieferschwierigkeiten mit, mit Kognak. Da können wir leider auch noch nicht. Also... Ja, dann nehme ich einen Whisky. Ich mache es nicht kompliziert. Vielen Dank. Herr Albani, haben Sie gerade gleich mal eine Sekunde? Selbstverständlich. Okay. Darf ich die kurze Frage stellen? Okay. Ich habe gehört, ihr sucht noch Personal. Nee, das ist das Reste. Sicherheitsdienst und Dancer. Darum ging es auch um Sicherheitsdienst. Äh, nochmal bitte. Sicherheitsdienst und Dancer. Du wolltest es ja auch als Geil. Den sei er nicht. Ich kann meine Hüfte leider nicht so gut bewegen. Hast du da schon irgendwie Vorkenntnisse? Aber im Sicherheitsbereich würde ich mich schon interessieren. Dann kannst du eigentlich direkt mit Imso noch mitreden? Ja, hast du irgendwie schon mal... Weil, ähm, da könnt ihr das vielleicht gleich zusammen abklären. Okay. Und wo, wenn man fragen darf? Ähm... Das war... Das war in Frankfurt tatsächlich. Ah, okay. Ja. Möchtest du noch was trinken? Ähm, das war so ein Bar-Club, ja. Ich kriege noch 300 Dollar von dir. Also war jetzt kein Split-Club, ne? Ich tut's euch beiden mal jetzt, ne? Ich bin gleich wieder da. Und, ähm, hast du auch schon Vorkenntnisse in Sachen Türstehen oder so? Ja. Okay. Ja. Ähm... Soll ich noch ein bisschen was erzählen, oder? Ja, einfach nur, vorm Club oder wo war das? Einfach, das reicht, also... Ähm, ja, wir hatten damals, äh, eine Bar. Mhm. Da hat man natürlich auch, äh, Türsteher gemacht und hat da Getränke ausge, ähm, ausgegeben und, äh, ja. Aber ihr beiden wollt eigentlich hauptsächlich als Türsteher bei uns arbeiten, richtig? Richtig. Gut. Ja, Mann, ich, ich hab keine Moves drauf. Ja, die kann man ja auch noch lernen, ne? Ich bin verkrampft. Okay. Ja, ähm... Ja, das wär dann, ähm, auf Abruf dann halt, ne? Weil wir, ähm... Also hier das Geld, ja. Okay. Und dann, ähm, müssten wir dann halt mal gucken, wenn der eine nicht kann, dass wir euch dann irgendwie... Und der Rest ist an die hübsche Dame, ja? Ja, ja, aber, äh, das ist jetzt nicht zum Angeben, aber... Ist es aber dann so, dass man sagt, äh, ich müsste dann, wenn Unicorn jetzt aufhört... Ich kann Surflas mit Ihnen, ja. Mindestens eine Kunde, oder ist das... Kannst du den beiden selbst leisten? Auf dem Ende, auf dem Ende offen. Ähm, also, ja, eigentlich schon. Also, wir sehen ja, wie viel los ist. Also, heute, wie gesagt, ist, man sieht ja selber, ist nicht ganz so viel los, ne? Da kann... Ja, so macht das schon. Wir machen so zwischen 19 und 20 Uhr auf. Ist unterschiedlich, ob wir Events haben oder halt nicht. Und, ähm, dann halt Open End. Und ihr werdet dann halt auch dann pro Stunde bezahlt, ne? Und die wäre? Ähm, 500 Dollar pro Stunde. Also, ich bin dabei. Sehr gut. Ja. Die sind 500 Dollar die Stunde einfach... kurz noch mal mit meiner... mit meiner Geschäftspartnerin besprechen. Ich hab gehört, ich mag die beiden Jungs. Okay. Und 500 Dollar ist auch okay, ne? Äh, wenn das ist, höre ich okay? Ja. Gut. Okay. Ja, ich mag die beiden. Ich finde die voll nett. Dann stelle ich euch jetzt beide erstmal auf Probe ein. Könnt ihr dann erstmal Probe arbeiten, ja? Probe wird bezahlt, oder? Ja, 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 ja. Klar, klar, klar. Probe wird bezahlt. Definitiv. Ähm. Wie sieht das aus, ähm, mit Anzüge? Habt ihr Anzüge? Also, ein bisschen schicker? Na klar, können wir uns besorgen. Gibt's da irgendwie eine Kleidungsorientierung oder sowas? Genau, passt auf. Nur, das ist, ähm, halbwegs sicker. Sie sind tatsächlich, ich mag euch beide. Ähm, und, äh, wenn ihr euch irgendwas Sickes kauft, dann, ähm, ihr sagt mir beseit, wie viel ihr habt dafür bezahlt, und ich gebe euch sowas. Ja, genau. Mit so einer ganz schönen blauen... Das ist sehr lieb, danke. Also, also, es ist keine Pflicht, irgendwie ein schwarzes Hemd oder so. Nein, nein, nein. Irgendwie sowas schick ist, so eine Weste, so wie ich trage, und eine Stoffhose. Ich hatte vorhin Hotpants an, dann ist gut. Ja, das ist schick. Okay. Ne, nur halt nicht, ich meine, die Lederkutte sieht zwar auch schick aus, aber es passt nicht so ganz zu unseren, zu unseren Club, sag ich mal so, ne? Äh, ich denke mal, ich hätte dann keine Hotpants tragen dürfen, oder? Doch, natürlich. Aber nur auf der Bühne. Und dann, ich zeige dir, wie man in der Stange tanzt. Ja, Mann. Nee, meine Hüften sind ziemlich eingerostet. Aber das kriegen wir ja hin. Wir haben dann den Medic hier, der kann dir helfen. Mir ist das, ja. Okay. Dann, ich würde es beide einmal beiseite nehmen, wegen der Telefonnummer, und dann, äh, Enzo, kannst du irgendwas direkt einstellen. Ähm, okay. Ja. Okay. Machen wir. Ein bisschen Adrenalin, und dann können sie dann wieder. Ja. Dann können sie fliegen. Ähm, mh, ob das so gut ist. Das ist das Beste als Red Bull. Ich glaube, es gibt ja so meine. Red Bull vielleicht Flügel. Okay. Also, komm. Ja, super, danke. Dann kannst du mit Enzo's anschauen. Ja, dann kommst du eben mit. Okay, und dann darf er seine Telefonnummer auch übersicken. Ja, das ist erst mal meine. So. Hm, ist aber noch nichts bekommen. Darf ich sie dir einmal vorsagen? Äh, sieh, du weißt, Johnny, weißt du das? Richtig, genau. Nächster Gang. Da haben wir die 5. Okay. 20. 34. Sehr, okay. Hast du jetzt so vorgelaufen? Ja. Pass auf, dann komm einfach mit mir mit. Ja, das seh ich hier, jetzt hab ich. Okay. Äh, Felix, wartest du hier? Ja, ja. Ja, du sitzt sehr bequem. Ich würde es nachher noch, ähm, zwei Namen rübersticken, das sind VIP-Kunden. Okay. Die dürfen ohne, äh, Durchsuchung rein und haben Zutritt zu dem VIP-Raum. Nee, haben wir den Expressen in Kohle dafür da gelassen. Ja, könnte man uns hier gleich eventuell kurz rumführen? Das wollen wir die Räume sehen. Natürlich, wir zeigen dir gleich alles. So, einmal unterschreiben da auf dem Papier. Ja. Gut. Ja, dann, wir kommen im Club. Okay, es führt gleich rum. Vielen, vielen Dank. Lässt du Johnny auch noch hin? Ja, ja, mach ich. Ich geh mal kurz zur Seite. Also, es ist so, ähm, ich hab's gerade schon gesagt, ähm, ich würde euch nachher noch zwei Namen schicken, ähm, wenn da Leute kommen, die diese Namen am Eingang sagen, die werden nicht durchsucht, weil die haben Zugang zu den VIP-Raum, die haben dafür extra bezahlt. Aber das schicke ich euch nachher bei SMS. Mhm. Und dann, ich führe euch jetzt noch rum. Sobald schon ihr soweit ist. So, dann, dann, dann bitte auch einmal da unterschreiben. Ja, sehr schön. Perfekt. Ja, willkommen im Club. Vielen Dank. Dann, ähm, dürft ihr euch einmal instampeln, damit ihr auch alle Zugriffe habt. Zum Beispiel, was hier? Ja. Er sagt, wenn ihr beide eingestampeln seid. Ja. Gut, dann gehen wir noch mal hinter, weil ich soll es den Küsseren kurz zeigen. Ähm, abgeschlossen. Organisierst du noch zwei Schlüssel? Ja, da muss ich eben nach Hause. See. So. Äh, ihr habt hier hinten in die Büro an den Küsseren. Da könnt ihr euch bedienen. Den fülle ich regelmäßig auf mit allem möglichen Scheiß. Ähm, das Einzige, den Alkohol bitte drin lassen, weil das ist der Ersatz für vorn. Ja, wir arbeiten ja sowieso nicht. See, aber ansonsten, wenn ihr auch Wünsche habt, was ihr gerne esst und möchtet oder so, sagt mir beseitigt, fülle das dann auf. Okay? Das heißt, generell ist es so, wenn ihr hier arbeitet, sobald ihr eng gestampelt seid, ihr esst und trinkt kostenlos. Okay? Ja, sehr schön. Ja, also auch wenn ihr irgendwie einen Shot wollt oder irgendetwas vielleicht doch, das ist noch, das Feierabend, Absacker, das ist kein Thema, ihr bekommt das kostenlos. Und Trinkgeld ist an der Tür, was sein ist unwahrscheinlich, aber ihr könnt auch behalten. Sehr großzügig von euch. Ähm, see. Wir machen das im Normalfall so, dass, wenn viel los ist, dann ihr seid draußen. Wenn wenigstens los ist, dann ist Vertrauen einfach darauf, dass ihr beide gute Augen habt und wenn die Leute reinkommen, dann entsprechen sie einfach beiseite nehmt. Dann müsst ihr nicht draußen in der Kälte stehen. Okay. Okay. Gut, dann wären wir hier. Hier ist auch überall Wasserspender, falls ihr Lust habt oder so. So, dann werden wir in die Bühne. Also falls ihr doch Interesse habt zu tanzen. Wisst ihr, es ist mir tatsächlich, dass niemand auf die Bühne geht, der nicht da drauf gehört. Na klar. Ja, wir hatten gestern, gestern wir hatten eine Eröffnung, wir hatten einen, ich nenne es mal beim Wort Spastin hier, der die Mädels hier belästigt hat und ich sag mal sehr, 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 sehr dumme Sprüche abgedrückt hat. Ach, okay. Dann war das aber nicht, wo ich da war, oder? No, no, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, dass dieser Typ mit dem weißen Kapuze im Bühne war. Ne. Ne. Der hat Dinge gesagt wie, ja, zeig mir dein Pissloch, zeig mir deine Spalte, so was ist das. Ja, sowas muss ich sein, das ist, nee. Und das möchte ich weder selbst hören, noch möchte ich, dass meine Mädels das hören. Okay, dann habe ich direkt eine Frage. Okay. Wenn sowas ist, wie soll die Security eingreifen? Ähm, also wir würden ihn dann beseit geben und wir haben ihn jetzt gesagt, okay, er ist gestern ermahnt worden von dem Sicherheitsdienst und wir würden ihn jetzt noch einmal ermahnen, beziehungsweise Enzo wollte ihn sogar selbst der Seite nehmen und ihm sagen, pass auf, wir nimm das hier, ansonsten du fliegst raus und es kann sein, dass er ein Hausverbot bekommt. Okay. Im Prinzip machen wir es immer so, wir ermahnen ein, zwei Mal und danach fliegt derjenige raus. Was ihr von mir bekommt, das weiß ich nicht, habt ihr einen Waffenzahn? Nein, Waffenzahn. Habt ihr nichts, okay. Nein, ich warte auf den Chief, ich hatte schon die ein oder anderen Polizisten gefragt. Sie, okay, ja, so wie wir alle. Ähm, das ist, zeige ich euch auch. Komm mit. Hier hinten, die Mädels, ziehen sie es um, auch das ist Tabu für alle Kunden. Ja. Ähm. Das ist Rüdiger. Seid lieb zu Rüdiger. Okay. Er ist jetzt mal ein bisschen sickig, aber eigentlich ganz süß. Oh mein Gott. Ja, Rüdiger ist klasse. Den ist er aber mitgebracht aus Meriko. Sehr schön. Wir haben da drüben Spinde. Ich würde euch immer am Anfang des Dienstes tatsächlich, ähm, vermutlich Spaceballsläger, eventuell ein Messer rausgeben. Wenn ihr habt eine Waffe sein, dann könnte es sein, dass ich gebe euch eine Knarre. Okay? Okay. Okay, aber ich würde mal so in den Raum werfen, ich würde dann tatsächlich Messer. Okay. Wir haben dann auch das in Lampen, etc., etc., das war eine milde Spinde von einer Freund von mir. Und, ähm, das würde ich euch rausgeben, damit ihr draußen etwas habt, wenn irgendetwas passieren sollte, dass ihr euch verteidigen könnt. Okay. Wobei ihr beide aussieht, das könntet ihr euch auch so. Vielen Dank für das Kompliment. Naja, bitteschön. Es wäre halt so, weißt du, ähm, solange ihr keinen Waffensein habt, wir müssen das ein wenig unter der Hand machen, sobald ihr einen Waffensein habt, dann ist es sowieso kein Thema. Okay. Aber im Moment ist es schwierig mit, äh, mit, mit den Scheinen, oder? Äh, sieh, ich habe gestern noch mit dem Chef gesprochen, mit dem Herr Sat, und, ähm, der meinte, ja, ja, komm, ist sie vorbei, aber der ist ja nie da. Ja, wow. Mhm. Aber ich glaube, ist doch einerseits besser. Sieh, aber er ist der Einzige, der das machen kann. Was natürlich sehr ungänztes ist. Aber wie gesagt, ähm, mir ist es wichtig, dass ihr da draußen auch euch verteidigen könnt. Ich will nicht, dass ihr da draußen auf die Fresse kriegt und euch nicht wehren könnt. Und deshalb bekommt ihr die einfach. So. Und das ist der VIP-Bereich? Okay. Ja. Ui. Der hat in dem Moment verloren. Ah, da ist er. Pardon. Hallo. Also, das ist der VIP-Bereich, der ist nur für extrazahlende Kunden. Wie gesagt, das sind die zwei Namen, die ich euch nachher noch schicken werde. Ähm, das ist einmal, äh, Herr Jean-Gretta und einmal Jean-Miller. Schicke ich euch aber alles nochmal genau. Ich schreibe euch auch, was die dürfen, was die extra haben. Ähm, nur damit ihr so grob Bescheid wisst. Mit dem hier drinnen werdet ihr kaum was zu tun haben. Es geht eigentlich um den Einlass, die werdet nicht durchsucht. Hm. Okay. Ja, sauber. Ja, sauber. Möchtest du was trinken? Oh, ne, gerade nicht, danke. Okay. Okay, Dänzerin ist aber heute keine da. Ja, ich wollte nur mal gucken. Ah, du hast wunderhässlichste Suha an. Warum? Oh, scheiße, Entschuldigung. Entschuldigung. Ey, was soll das, Mann? Ja, ist ja gleich so ausfällig geworden. War keine Absicht, Entschuldigung. Das möchte ich nicht nochmal sehen. Ach, wenn sie, sollte das nochmal passieren, dann muss ich sie leider raus bitten, ja? Ja, natürlich. Okay, ähm, ich muss mich kurz versorgen, einen Moment. Wie die Jungs direkt, äh, das will ich nochmal hören. Wie gut. Das fand ich jetzt gut. Direkt reagiert. Geil. Ähm. Nicht schlecht. Ähm, ich nehme mal zwei. Nehme mal ein Pflaster. Äh, Raya, du musst erst mal ganz kurz dich um dich selbst kümmern. Kommt sich gleich in das Maul, ja. Wirklich wahr. Schwache Blutung. Ähm, Pflaster. Ähm. Noch ein Pflaster? Ja. Jetzt geht's ihr wieder gut. Sehr schön. Ich weiß mittlerweile, wie es geht. Ich hab's jetzt doch begriffen. Kannst du ja mal versuchen, jetzt die Tür auf- und abzukriegen, ob das alles klappt. Achtung. Muss ich ja mal durch? Natürlich. Okay, gracias. So, dann versuch mal die Tür auf- und auf- und auf- Das war sehr gut, tatsächlich. Direkt sehr gut. Danke. Jetzt hab ich Ihnen, ähm, das mit dem VIP-Raum und so, das hab ich hinten schon gezeigt. Zeigst du Ihnen noch die Zipul-Toilette und so? Ich würde den Herrn mit den hässlichsten zu und frage nochmal, ob er etwas drin gewinnen. Das war sehr gut. Ah, hättest du das gewusst, das hätte das Pflaster nicht selbst drauf machen müssen? Ja, wir waren gerade kurz. So, mag jemand etwas trinken? Ja, ich hab's mir anders überlegt. Mhm. Ich hätte gerne einen schönen Jägerbomb. Einen Jägerbomb. Sehe. Ihr beide? Nee, erstmal nichts. Okay. Die dürfen noch nicht. Lー�ysł 예�er My, Lח, NRF. Lester. Energie. Lester und Energie. Aber ich fand's gut, die haben direkt reagiert. Das hat mir ganz gut gefallen. Das hat eine Reihe jetzt echt ganz gut gefallen. es ist auch ein nachteil wenn man im dienst ist einer geht wir haben nichts gesehen ich hatte gestern genug ja du kriegst kein alkohol mehr so hast du die pflasterkummer aufgeklebt oder was ich wünsche es wäre das gewesen das bekommen wir mal 180 dollar geht auf mich reihe dann gibst du mir 180 dollar freundlich danke ich gebe es dir später ja ich gebe es dir mark du brauchst das aber mehr ja wir entscheiden uns später erst mal möchte ich das bezahlen willst du etwas haben ja alles gut ok gracias oh ja der fetzt tequila fetzt tequila fetzt nicht dann die erde fängt sich dann ganz schnell zu drehen mehr als das johnny da drüben komm mal kurz mit hier ist das dieselpult hier wird unser diesel sein auch da hat niemand zu tun ja ok und an die kühlschränke müsstest du theoretisch sobald du engelst der linke kühlschrank ist alkoholfrei im normalfall wenn alles ordentlich sortiert ist das wäre heute nicht die erste kannst du dir einfach nehmen ja ok was ich bescheuert ansonsten wir lassen niemanden rein mit waffeln eigene getränke auch nicht und eigenes essen auch nicht weil ansonsten die machen hier ein big nick ich bin kein bayerisches gasthaus ja wie sieht es aus mit werkzeugen wenn sie welche dabei haben auch nicht ne alles was sie als waffe verwenden dürfen oder könnten bleibt rasseln es sei denn es sind medizinische werkzeuge um leute wieder zu beleben mach halt die fresse ok ist sehr vernredet pass auf die einzigen die nicht aufsucht werden wie gesagt sind die zwei VIPs die ich gleich noch schicke und die gruppe die zu denen nenn ich was gehört mediziner und polizier ok ja weil denen können wir nicht einfach die waffen abnehmen sonst gibt es wieder ärger und rara und dann heulen die wieder gesetz ist gesetz da müssen sich auch die cops dran halten ja aber die machen dann mimimi und dann weinen sie zum enzo und dann weinen sie sich an seiner schulter aus ja ja schon klar und das macht mich immer so aggressiv hey ist ja wenn die polizier da ist und die will mit irgendjemandem sprechen ruf lieber enzo ich bin immer ein bisschen ungeflüssig kann ich verstehen die du ok aber enzo ist da der nettere von uns ok gut das wärs eigentlich erstmal soweit der rest wenn du noch fragen hast frag einfach natürlich nee dann bin ich erstmal weg zieh mich um dann bin ich wieder da ok und vergiss nichts gib mir bis halt was du bis halt hast ja mach ich und ich 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 Was? Nix. Ich dachte, du wirst mir etwas erzählen. Ja, okay, pass auf. Ich bin doch eben gerade zum LSC gefahren. Ich komme hier um die Ecke, fahre vielleicht ein bisschen schneller, als die StVO es vorgibt. Und es war Frau Fuchs. Frau Fuchs und Herr Hill? Natürlich. Oh, ich hätte kotzen können. Der Hill ist 25 und sieht aus wie 40. Und riecht wie 90. Der hat versucht, mit mir zu diskutieren. Ich habe ihn erst mal aus dem Leben genommen. War der Hill nicht mal bei euch da? Ja. Aber er hat sich zu etwas höheren Berufen gefühlt. Das sind gute Jungs. Lieber denn. Raya, kommst du noch mal eben ganz kurz? Ich sehe. Und jetzt ist der Herr bei den Cops? Nee. Lass uns spielen gehen. Ja, okay. Und Leises präsent. Ja. Mit der Toilette meinst du hinten bei uns, da am Büro, ne? Sie, die oder die hier. Egal. Das sind gute Jungs. Ja, hab ich. Ich auch. Ne, also sehr umgänglich. Sollst du was verraten? Der Typ mit dem blauen Ton, ne? Ja? Hat mir versehentlich tatsächlich. Ein paar aufs Maul gehauen. Mhm. Weißt du, wie schnell die beiden reagiert haben und dann vor mir standen? Sehr, sehr schnell. Echt? C. Und sofort gesagt, hey, das wollen wir hier nicht sehen, okay? Gute Jungs, ich sag es doch. Ich krieg grad ne Gänsehaut. Die waren sehr, sehr schnell direkt vor mir und da bin direkt reagiert. Okay. Hast du denen das auch mit dem Kühlschrank hinten erklärt? Äh, dass sie sich das rausnehmen können, ja. Gut, 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 gut. Ja, ich glaub, sie fahren jetzt gerade und kleiden sich ein. C. Ich hab gesagt, sie sollen mir sagen, was sie kriegen, also was sie bezahlt haben und dann gebe ich ihnen etwas davon. Mhm. Gut, dann können sie sich gleich wieder einstempeln und dann schauen wir mal. Okay. Hast du ihnen den Schlüssel gegeben? Ja, hab ich. Und ich hab ihnen gesagt, wenn die privat unterwegs sind, dass sie die Schlüssel bitte gerne zuhause lassen sollen, weil wegen hohem Wert und nicht, dass wir ständig neue Schlüssel nachmachen müssen. Ich würde jetzt ganz kurz mal zum Dizepult verkrümmeln und den beiden noch das Aufschreiben mit der VIP-Kunde. Ja. Und ansonsten, du kennst das, das wird dann ständig angequatscht. Ja, ja, ja. Kannst du kurz die beiden übernehmen? Mach ich, mach ich, mach ich. Okay, krass. Also ist wirklich, ich hab ein gutes Gefühl übernehmen. Ja, ich auch. Und ich find das gut, sie sind mit 500 Dollar einverstanden gewissen. Ja. Ich bin überrascht. Erstmal Probearbeiten, ne? Nee. Gut, ich schreib den beiden dann jetzt mal in Ruhe hinten, ne? Felix, kann ich was für tun? Äh, ich, äh. Wir sollen mal einen schönen Laden hier. Ja, das, äh, das, äh, kann man nicht abstreiten. Also, schön haben sie es hier wirklich. Ich hatte gehofft, ich könnte das, ähm, kippieren. Wurde aber auch mal Zeit. Aber die Nachricht ist halt leider schon wieder weg. Ich hab ja nicht mal was aufmacht. Eine schöne Bar hier, wo man schon mal trinken kann. Ja, ähm, gut. Das definitiv. Ich schreib den beiden das jetzt gleich mal direkt. Ja, und die Rentsche spinnen ja auch in der nächste Stadt. Voll, das ist doch gut. Comedy Night, ne? Comedy Night, Karaoke Nacht. Und, ähm, den nächsten wird hier auch ein Auto versteigert. Das kann ich schon mal so weit, schon mal erzählen. Wann genau wissen wir noch nicht, aber wir arbeiten einfach auf das und dann mal schauen. Lass mich raten, das wird von Miller gesponsert. Von Autor aus, da weiß ich ja. Äh, wir kommen nicht. Nein. So. Freien Zugang zum VIP-Raum. Ja, schwierig. Also, also Marc kommt nicht. Zwei Freigetränke pro Person. Ich würde mir den Abend freinehmen. Ich kann's Urlaub beantragen bei mir. Gut. Dann, wenn das ist, ich beantrage Urlaub. Ich hoffe, dass ihr dann auch bei den Eventen mit dabei seid. Ich bin dabei auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe, dass dann auch ein bisschen mehr dann Polizei, Polizeipräsenz dann bei den Eventen spielt. Die Namen lauten? Dass da für Ordnung gesorgt werden. Unsere Türsteher werden zwar auch da sein, aber... Äh, Schankretter? Ich denke mal, das wird ein, wird ein Riesen-Anbrang geben. So, klar. Weil das, was ist, wann ist denn das? Altersson? Genau, genau wissen wir noch nicht. Wir müssen halt noch ein Protest-Aufgaben arbeiten. Ähm, ich denke mal in den nächsten drei bis vier Wochen. Müller? Ja, da müsste ich Zeit finden, hoffentlich. Aber wir geben noch früh genug Bescheid. Wie gesagt, wir müssen auch eher ein Los verkaufen. Das wollen wir auch über einen längeren Zeitraum machen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich ein Los zu erwerben. Genau. Was kann man denn gewinnen? Ein Auto? Ein Auto. Kann man mehrere Lose kaufen? Nein, natürlich nicht. Schade. Was für ein Auto? Das ist auch noch, steht auch noch nicht fest. Weil, bei, bei, bei hätte man mehrere, äh, Lose kaufen können, die... Wo habe ich das jetzt geschrieben? Und dann hätte ich das, äh, als, äh, Arbeitsauto genommen. Okay. Nein, egal, ich fahre. Nachrichten. Zack. Zack. Gut. Kann ich irgendjemand was bringen? Ja, ich nehm noch ne Cola. Okay. Okay. Insbesondere Herr Cangretta erhält eine bevorzugte Behandlung aufgrund der Ruhen. So Mark, hier kriegst du deine Cola, Moment. Ich danke recht herzlich, was bekommst du? Ach komm, weil du es bist, gib mir es zwar nicht. Ja, okay, komm. Nee, also das kann ich so nicht stehen lassen. So, das habe ich mir noch nie gesagt. Tja, dann gebe ich dir wenigstens ein Fofi. Und das gleiche nochmal an den Johnny. Wie sie immer die Knie geht, ne? Süß. Sonst ist alles weiter. Okay. Na, ich habe ja den beiden gestritten. Sehr schön. Na, ich verkrümmel mich auch mal eben kurz nach hinten, ne? Hast du alle hier versorgt mit Getränken oder verdurstet gerade jemand? Bis auf Mark wollte keiner was. Okay. Sind alle wunschlos glücklich. Die ganzen Gäste hier im ganzen Vanilla-Junicorn sind alle glücklich. Nee, natürlich, weil ich bin so nett. Ja. Ja. Ihr schreit, wenn ihr Durst habt, ja? Du red mal ein bisschen lauter, aber ja, man hört dich nicht. Ihr schreit, wenn ihr Durst habt. Ich schrei immer. Na. Ein kleines Mädchen. Wirklich? Hast du es noch nicht erlebt? Na. Ich habe ihn nur umfallen sehen. Ja, dann musst du intensiver dich mit ihm beschäftigen. Wie kann es das zum Schreien bringen? Das solltet ihr auf einem Date ausmachen. Wie hast du ihn zum Schreien gebracht? Nein, nein. Das wird er dir erzählen, wenn ihr auf dem Date seid. Okay. War es was perverses? Das wirst du dann erfahren. Ach, ich bin so neugierig. Ich glaube, morgen für euch beide 19 Uhr passt ganz gut. Das sieht schmerzhaft aus. Ach, dem geht es gut. Geht es dir gut? Ja, ja, ich ruhe mich kurz kurz aus. Also ihr habt morgen 19 Uhr ein Date, ne? Sehen wir, macht die Bar auf? Du hast doch noch Enzo. Okay. Hast du ein Päckelchen Zigaretten? Sehen. Oh, das sieht richtig schmerzhaft aus. Ich glaube, der braucht ein Pflaster. Hier, ich senke es dir. Oh, vielen Dank. Felix? Pass auf, dass du dir dein hübsches Gesicht nicht aufsurfst. Felix? Hier darf man ja rauchen, oder? Sieh sie. Sehr gut. Ansonsten würde er ja nur draußen stehen. Was er hat gemacht? Hat er was getrunken? Ach, Felix. Hat er etwas getrunken? Nicht, dass ich wüsste... Ich gehe mal ein Stückchen rüber. Ja, danke. Der ist doch schon wieder umgekippt. Was habe ich denn eigentlich für einen Chef? Das war es nicht. Vielleicht du solltest dich bei deiner Chef über die Chefbesphären. Hast du ein Feuerchen? Sieh, aber das brauche ich wieder. Okay. Perfekt. Ja, mein anderes hat mir Enzo geklaut. Ich danke. Was? Du musstest auffallen durchs Umfallen. No. Du machst ihn ganz schön schwach, Raya. Ich weiß auch nicht, warum der immer umfällt. Der ist mir schon aufgefallen. Hast du ihn vielleicht von die Stuhl gesuppst? Nee, da würde mir was leicht Besseres einfallen. Vielleicht, er hat auch nur drüber nachgedacht, wie es war, für dich zu schreien. Ja. Oh, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man als einzelner Mensch eigentlich so viel umkippen und dann jedes Mal hier im Stripclub? Vielleicht, er hat irgendeine Krankheit mit den Beinen. Jetzt kommen doch wieder zurück, Junge. Was ist denn los mit dir? Oh, verdammt. Mann, ey. Wie sieht er denn aus? Was ist passiert? Ich habe meinen Kopf aufgeschlagen. Ich weiß ehrlich nicht, wie. Ey, wir sollten langsam aber sicher mal über eine Gehaltserhöhung reden. Die hast du gestern bekommen. Ja, ich habe dich auch gestern schon behandelt und heute muss ich dich wieder behandeln. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Wie hast du nachgedacht wegen des Reihen? Ja, so in etwa. Nee, das ist mir ja. Geht's dir aktuell? Gut, besser. Gut. Warum fällt er denn ständig um? Alle besoffen wieder. Hi, Uncut. Okay, der hat ganz schön aggressive Zuckungen. Der hat vorhin schon eine Reihe aufs Neuer. Vielleicht, ich sollte ihn einparken. Mit Schutzlaken, damit er sich nicht verletzt. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ich weiß nicht. Was hast du ihm zu trinken gegeben? Gar nichts. Ich habe nur den Marc eine Cola gegeben. Ja. Und dann ist es einfach schwach auf die Brust. Warte, warte. Oh, nee. Nee, geht's gut. Okay. Okay. Ich hole mir kurz Kühlpack, ne? Ja. Erstmal muss ich nach meiner Brille schauen. Dann muss ich nach irgendwo. Die hat mir viel Geld gekostet. Was ist sein Problem? Das wüsste ich auch gerne. Wo ist meine Brille? Wo ist deine Brille? Mann. Okay, Enzo, ich nehme noch einen Whisky mit Cola, bitte. Besser ist. Brille. Machst du? Du möchtest einen Whisky mit Cola? Ja. Okay, mache ich dir. Danke. Das werde ich nicht wiederfinden. Du hast bestimmt zu Hause eine Ersatzbrille. Du bist ja so ein reicher Pinsel. Du darfst nicht immer umfallen. Dann muss man jedes Mal machen. Sorge um das. Das war auch nicht. Ich habe noch eine Blutung am Bein. Warte mal. Janis, den Rest kannst du selber machen. Stuhl hier voll. Ja, musst du aber aufpassen, ja. Die Blutung. Ich könnte jetzt umkippen nochmal wegen Blutverlust. Erstmal trinke ich einen Whisky-Cola. Der Rest passiert danach. Laufen geht vor. Also ich bin jetzt schon öfters, ich bin schon öfters eben gefährlich verletzt gewesen als Raya. Was bekommst du? 200. Das stimmt. Ich hatte nur den Anslag auf meinem Leben von Enzo. Es war ein Versehen, verdammt nochmal. Dankeschön, Marc. Ich danke. Vielen, vielen Dank. Du bist ausgestiegen, obwohl ich noch nicht richtig gestanden habe. Das ist überhaupt nicht wahr. Du hast gestanden. Das ist wohl wahr. Ich glaube, ich könnte Marc auch irgendwo her. Dass du bist wie eine alte Frau, die dann erst noch eine Stunde wartet, bis sie das Auto ausmacht. Man steigt erst aus ein Auto aus, wenn der Motor aus ist, Raya. Bis dahin, ich bin aber gestorben. Man steigt erst. Ich mag es auch nicht. Es kann doch keine 40 Jahre warten, bis der alte Mann endlich die Schlüssel rumgedreht hat. Ja, dann musst du damit rechnen, dass du nächstes Mal wieder eine Tür vom Kopf kriegst. Fertig. Deswegen, ich frage dich jetzt mal, ob ich es jetzt endlich aussteigen darf. Warte einfach, bis der Motor aus ist. Mir ist das auch schon passiert. Einfach schneller. Mir ist das zweimal passiert. Ich bin geduldig. Nee, nix, Lüge. Nein, bist du nicht. Ansonsten würde dir Stenis auf die Fresse hauen, wenn es wäre, nicht geduldig. Nein, nicht wieder auf die Nase. Bist du? Ja, bitte. Läuft das hier so öfters ab? Ja. Aber es ist besser wie Kino. Ich komme öfters. Super. Das ist unser Zeichern von... Du bist bist da Liebe. Liebe und da, Herzigkeit. Wir sind auch gerne gesehen, glaube ich. Ja. Ich sehe. Wenn Raya mal wieder eine Kopfnuss verteilt. Die verteilt es nur an dich. Weil du hast es verdient. Ach so, ja. See? Außerdem, du klingst lustig, wenn deine Nase ist angeswollen. Das möchte ich mal hören. Hätten sie mal eher kommen müssen. Ah, ich komme immer zu spät. Ja, das ist schlecht. Ja, wobei, auf der einen Seite ist es bestimmt gut. Nee, tatsächlich ist es ziemlich gut. Ich lege mich nie wieder auf die Bar, um mir kurz das Mittagsschläfchen zu machen. Ja, das wäre gut. Du weißt, dass wir hinten eine Couch haben, ne? Ja, hier wurde gerade über Zeug gesprochen. Und dann brauchte ich kurz Ruhe. Und dann habe ich mich hier kurz mit dem Kopf ein bisschen aufgelehnt. Wusstest du, dass Mark ihn hat zum Schreien gebracht? Nein, aber... Oh Gott. Wie zum Schreien. Ja, das werden sie erst morgen beim 19-Uhr-Date der beiden erfahren. Schalten sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt... Aber wieso erfährt das dann Hänzo? Kommt der mit? Nee. Aber du wirst es ihm ja bestimmt erzählen. Wie es heißt? Die Madics ihres Vertrauens oder was? Wie geht das jetzt weiter? Nein. Ich sehe in deinem Herzen. Raja und Felix. Ist schon fast eine Sitcom. Echt? Ja. Ey, Marc, vielleicht können wir dann der schmale Marc mitmachen. Ich verstehe gar nicht, warum morgen 19 Uhr? Ja, warum nicht? Ey, wir verkaufen die Rechte, Marc. Ich habe nicht mal Rechte. Ich habe nur Pflichten. Er besitzt keine Rechte, weil ich die Rechte besitze. Ich habe nur Pflichten. Genau, du kriegst die alle von mir aufgewangen. Das ist in einem Angestelltenverhältnis leider so. Gut, dass ich Chef bin. Ja, hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Nö. Nee, dann müsstest du aber auch Standes umfallen. Oh Gott, bitte nicht. Dann müsstest du die ganze Bürokratie machen. Nee, danke, lass mal. Und du müsstest ständig die Frau Fuchs Blut abnehmen. Ach so ein Scheiß, was ist das? Warum musst du die Frau Fuchs permanent? Ja, nee, Herr Assad wollte einen Drogentest. Nee, das war sehr lustig. Ist zwar Praktikantin? Und bei der Polizei? Nein, nicht bei der Polizei. Ah, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, wir haben einen Satz. Kriegst du auch einen Anruf oder kriege nur ich den? Nee, kriegen wir beide. Wolfs? Wenn er irgendwann anfängt zu kläffen am Telefon, fände ich es lustiger. Wolf. Au. Hallo, Herr Apparat. Und die Sirene geht dann so. Uuuu. Ich sehe. Uuuu. Wufs am Apparat. Wo ist das Geheule? Wir haben einen Einsatz. Och nö. Was ist das Geheule? Auf, ihr beiden. In Wahrheit ist es Herbert. In Wahrheit ist es Herbert Reyes. Bis später. Bis dann. Oh Mann. Oh Gott. Mark wird übrigens nicht gern Herr Slumpf genannt. Okay. Nee, er hat gesagt, ich habe auch einen Namen. Aber Herr Slumpf passt so gut. Ja, ne? Finde ich auch. Und er ist ja auch liebevoll gemeint. Eben. Also, das habe ich gerade erfahren, dass ich es aber morgen 19 Uhr ein Date. Okay. Ich wollte allerdings morgen auch mal einen freien Tag machen. Das ist vielleicht ein Blatt. Oder vielleicht sind ja Herbert und er wäre da. Mhm. Herbert. Genau. Hast du dich auch schon kennengelernt? Äh, der Glatzka wurde der andere. Der andere. Die Mann in die Säcke grünen Anzug. War er auch vorhin da? Nein, die waren heute noch gar nicht da. Ah, könnte er nicht. Ach so. Ja, ich dachte, du wärst gestern schon da gewesen. Nee. Ach so, okay. Übrigens, die und Johnny kennen die beiden auch noch nicht. Die müssen wir dann auch noch vorstellen. Ja, sehe, 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 das müssen wir machen. Und Otavio müssen wir auch vorstellen. Ja, ich habe schon erzählt, dass es schon einen von der Sorte, sage ich mal, gibt. Okay. Und ich habe auch erklärt, dass Herbert so Mädchen für alles ist und auch ein Teil der stellvertretenden Geschäftsführer ist. Okay. Und ich habe ihnen erklärt, von auf die Bühne wegen dieser Typen, weißt du, worüber wir gesprochen haben. Ja. Und auch, wie sie reagieren sollen, wenn einer von den Mädchen sich belästigt fühlt. Ja. Und wie gesagt, sie sind sehr gut. Ich mag die beiden. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, einen draußen und einen drinnen hier zu haben. Ähm, ich habe gesagt, sie sollen wenn viel los ist, draußen sein und ansonsten das Vertrauen auf die beiden gesunden Augen. Mhm. Dass sie auch reinkommen können und dann halt einfach den Eingang am Blick behalten. Ja, okay. Perfekt. Ich denke, die werden sich das schon schön aufteilen. Ansonsten, wir lassen ihnen eine relativ freie Hand. Ja. Wollen beide noch machen, eine Waffe zu sein, aber haben ihnen das Satt nicht gereist. Ah, okay. Ja, da wollte ich mit den beiden gleich auch noch drüber gesprochen haben, aber egal. Gut. Darüber habe ich schon mit denen gesprochen. Was hast du ihnen gesagt? Wegen die Spin. Okay, alles klar. Gut. Perfekt. Ich habe ihnen jetzt aber noch keinen eigenen Spin gegeben. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen wollen. Ja. Und es habe ihnen halt auch gesagt, dass Getränke und so kostenlos fangen. Ja, ja, ja. Weißt du noch, wie das ging mit den Spinden? Ähm, no. Ich gucke mal eben, ob ich das vielleicht auch selber rauskriege. Nö. Kannst du dich irgendwie abfüllen? Also es meinte, kann ich dir was zu trinken, dann bitte. Äh, ja, geh mal das Beste was. Das Beste was ich habe, bin ich. Ah, gut. Kann ich nichts gegen sagen. See. Müsstest du einen Shot, einen Stuff in Snaps? Egal. Okay, das macht ihr. Danke. Ja, ja, ja. Knall mal den jetzt weg. Raya, kann ich das vielleicht abfüllen? Das ist... Das ist bekloppt einfach. Weil die Raya wurde nicht mehr gefragt, ob sie morgen überhaupt Zeit hat. Was ist denn, wenn ich morgen gar keine Zeit habe? Du bist aber 21 Uhr. Ja, ne, so lange wollte ich nämlich morgen auch nicht machen. Aber... Aber... Mal gucken mal... Da. 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 Was kriegst du? Äh, ich krieg 150. bist du da oder sagst du das mal löschen ich danke auch wir haben heute schon feierabend wochen auch mal einen freien tag ich brauche keine tänzer ich brauche nur eine geile bar sehr gut das ist doch mein lieblings trink aber gut naja drin ich habe jetzt auch nicht raus deswegen mag ich top brennt nicht und er knallt gut da ist auch so viele promille drin normalerweise schaut alle aus den socken offensichtlich so ganz viel vertragen ein bisschen bisschen geht schon rein wie hast du überhaupt mit toni von wo kommst du aus der ruana und zuletzt es war in sicago eine weile ok jetzt bin ich mit meinen ziebruder hier also wir sind nicht wirklich geschwister aber so ähnlich ok ja und das ist gerade in italien nein das ist dachte man alle italiener ist und toni nein ich komme aus deutschland das mit die oktoberfest deswegen du wusstest ja da gibt es viel bier das ist aber gelesen und was machst du hier so ich wollte mal gucken neu anfangen machen hier mal gucken karriere machen mal mal schauen deutschland sieht nicht so gut ja ich glaube dann sind gar nicht nicht ich versuche einfach immer wieder ok hast du es kommt jetzt sagst du bist ein polizier noch mal bitte du sagst jetzt bestimmt ist aber bei der polizier was du machst dann bin ich noch gucken ich war jetzt noch mal ein bisschen auf montage und nach deutschland geflogen jetzt bin ich wieder da da muss man schauen ich habe eigentlich überlegt hier mal so ein bisschen vorher habe ich immer mit normaler arbeit und alles versucht über die runden zu kommen keine chance jetzt versuche ich mal andersrum nur ich muss erst mal gucken wo man braucht kontakte hier das ist richtig aber man bekommt eigentlich relativ gut keine ahnung wie es was die schlösschen schlössern ist dann müssen wir mal die tagessong ja ach die was mir wir haben mich gar nicht gefragt ob ich morgen 19 uhr habe überhaupt zeit ok mr schlumpf hat das einfach festgelegt und darf ich mal fragen macht ihr hier ja wie soll ich das am besten sagen macht ihr auch andere sachen was du meinen was nicht so schön für die bullen ist und dann ist würde jemanden sagen den ich kenne seit fünf minuten ja relativ aber ich bin kein kopf ich habe noch nicht mal das visum du hast kein visum nein noch nicht aber die gespräche sind immer dann wenn ich nicht da bin das ist natürlich scheiße dann musst du vielleicht meinen termin ausmachen außerhalb der geschäftszeiten habe ich vorhin versucht aber ist keiner da die nummer von heiko super taxifahrer also wie gesagt wenn dann ist würde denn ich sage ja wenn man deal machen was werden die ja von dem was ich gemacht habe prozente an euch ich weiß nicht von was du redest ja ich auch nicht da haben schon spiel mit junger spiel mit ja sag mal ein bisschen was immer wissen was also ihr wisst schon dass ich jetzt über nicht legale sachen rede das ist ein argument da kann ich nichts gegen sagen zum beispiel grünen tee anbauen aha okay ja ja da gibt es menschen die die weiterhelfen können definitiv und vielleicht wir haben auch die kontakte aber es gebe kontakte nicht einfach aus ne klar da musst du absprechen logisch ja ich muss das nicht absprechen ich habe keine lust oder so komm schon junge gib mir was gib mir was mit dem ich spielen kann hast du denn was zu rauchen dabei ne zigaretten also ein joint hätte ich dir schon abgekauft so ist es nicht okay 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 hola Ja, 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 hier liegt sie. Boah, Bruder, ähm, machst du mir ein geiles Sandwich? Was für eins, Käse oder Bacon? Boah, Bacon. Mir, das ist dir gut, amigo. Okay, eins. Bacon-Sandwich und, ähm, ein Kaffee, damit ich noch ein bisschen wach war. Ein Kaffee. Okay. Dir ist aufgefallen, dass er es gekippt aus seiner hässlichen Suhr? Ähm, nein. Oh, okay. Ja, rufst du dann mal eben die Medics, bitte? Äh, C. Ist der jetzt echt betrunken? Nein, er ist verletzt. Okay. Ja, ähm, ich mach dir eben ein Bacon-Sandwich und ein Kaffee, war das, ne? Ich bin im Einsam. Ja, richtig. Ja, C, und bei uns ist gerade einer umgekippt. Ich glaube, der ist verblutet. Ja, Moment. Das ist gerade schlecht. Wir haben hier wirklich kritisch verblutet. Was hast du, ähm, was hast du eben eigentlich bei, äh, bei Miller gemacht? Was wolltest du kaufen? Oder ihr? Hey, sorry. Ja, es ist noch nicht alles sprofreit. Also, kann ich dir, ähm... Äh, 39. Nee, ich dachte, du wolltest dir ein Auto zulegen, deswegen. Der Rest ist mir egal. Nein, nein, also ich nicht, nein. Ich habe ein Motorrad und Martin, weil ich erst mal... Ja, schönes Boot, oder? Ähm, du druck 25 zu 17. Ich bin im Strandhaus. Und den Weg bitte mich noch beim... Ich habe mir ein kleines Denkort gekauft. So, Moment. Weil der ist gerade fast da. Ach, schön. Nee, ich bin so unterwegs. Okay, wir können es erst. Gucken wir bald ein Strandhaus kaufen. Oh, auch nice. Wenn es bald der Markt herkommt, beziehungsweise, dass man sich da ein Haus kaufen kann. Wenn da vor der Tür steht, zählen. So, Brian, jetzt gebe ich dir erstmal das Bacon-Sandwich. Äh, liegt er jetzt noch oder liegt er nicht mehr? Oh, danke dir. Und den Kaffee. Jo, danke. Wie viel bekommst du? Ähm, einen Moment. Da muss ich mal eben zusammenrechnen. 25... Kaffee war... Ähm, 45 Dollar. Mann, Mann, Mann. Vielleicht was mit Karte zahlen? Leider nein, aber wir haben ja vorher am Eingang. Dann ist ein Geldautomat, nicht funktionieren. Alles gut, ich hab ja was. 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 Äh, 5, was war das? 45. Äh, ja, hier. Gib ich dir mal ein Fuffi. Oh, danke schön. Und du wolltest mir jetzt was zeigen? Ich wollte dir was zeigen. Ja, dann. War mit. Okay. Er liegt. Das ist ein Bug, dass er steht. Er liegt eigentlich. Den Enzo hebt's gar nicht an, ja. Den Enzo lässt's einfach liegen. Ja, ja, da steht schon wieder auf. Tritt sich fest. So, die Raya belebt jetzt erstmal wieder. Ich weiß theoretisch, was zu tun ist. Ja, glaub ich zumindest. Ähm. Und wir geben ihm jetzt erstmal Zeit. Denn der Punkt ist der, dass die Raya nicht ausgebildete Medizinerin ist. Ja, die hat keine Ahnung davon. Das spiel ich jetzt also aus. Sie weiß zwar, also, ja, das kann sie, aber alles andere kennt sie sich wirklich nicht mit aus. Deswegen macht sie das jetzt. In der Hoffnung, dass der Felix gleich kommt. Ich weiß nicht, dass er sich bewegen kann. Oh, Buggy. Ich weiß nicht, dass er sich bewegen kann. Ich weiß nicht, dass er sich bewegen kann. Okay. Die Mediziner sind auf sie weg. Ähm. Komm, wir geben ihm noch mal. So. Das ist ein Bug. Der darf sich eigentlich nicht bewegen. Es wäre sinnvoll, von ihm sich jetzt hinzulegen. Damit das einfach funktioniert. Aber gut, das ist ja halt daneben und die Reihe pumpt Luft. Das geht schon. So. Kommst du bitte? Was ist der Herr hier? Sie, gut, dass du bist da. 20 zu 13. Alles gut. Dios mío. Was sagst du? Ihr seht herausragend aus. Vielen Dank. Danke. Was habt ihr bezahlt? Gar nichts. Ich weiß gar nicht. Ist okay. Na, komm mit. Passt schon. Nein, 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 alles gut. Nee, nee, passt. Seid ihr Sissa? Ja. 100%. Der Kompliment war, das Kompliment war mehr. Boah, der Medik sieht aber mir nicht gut aus. Ich sehe auch nicht gut aus. Das war aber, weil ich mich kurz schlafen gelegt hatte. Das hier hat sich vor uns hier mal kurz an die Bar ist ja. Das ist nachher gelegt. Wir gehen jetzt hier um die andere. Wer? Die, Herr Neblau, die hat es gerade umgefallen. Ich glaube, der hat sich auch schlafen gelegt am Tresen. Na, der hat irgendwas, der hat irgendeine blutende Wunde und das ist voll widerlich. Ah! Jetzt, du hast was, Anissa, auch eine Blutin. Das ist mir geil. Ich mach den erst. Ähm, ist er noch da? Ähm, sieh, der ist gerade voraus, dass ich versucht habe, den Herrn wieder zu beleben. Ich weiß nicht genau, wo er hin ist. Okay, ich geh den mal schnell suchen. Sieh, sieh, okay. Ähm, ich hab euch eine Nachricht geschrieben wegen dem Namen. Habt ihr gekriegt? Ja, die haben wir bekommen. Okay, sehr gut. Eine Nachricht hast du geschrieben, echt? Okay. Tatsächlich, sorry. Alles gut, alles gut. Ich will nur, dass ihr frühzeitig's Weg in allem beseitest. Und die anderen Angestellten stellen wir euch dann die Tage vor. Ja, passt. Okay. Dann macht, was ihr wollt. Okay. No, es ist nicht viel los, tatsächlich. Und sobald dieser Herr mit der hässlichste Suhe ist versorgt, dann ist, glaube ich, ich mache sie demnächst raus, weil der schlägt die ganze Zeit um sich. Ja, das ist schon merkbar, ja. Ja, und dann ist, glaube ich, es mache dann für heute damit zu. Macht wenig Sinn, den Laden offen zu lassen, wenn niemand kommt. Tatsächlich. Ich geh mal kurz zu Ernst, weil ich wollte noch was fragen. Sie macht es. Brauchst du Hilfe? Ja, es wäre nett, wenn du immer mal wieder den Blutdruck und den Herzschlag kontrollieren könntest. Okay. Ich glaube, ich habe ihn auch schon gerade wieder. Dann brauche ich es doch nicht. Oh da, oh da, oh da, oh da. Doch, doch. Ich smesse noch mal Blutdruck. Ja, ja, mach das kurz. 12 zu 8. Ja, der müsste sich eigentlich langsam stabilisieren. Einmal bitte Puls. Ich werde doch noch mal in die Szene rin. Äh, 22. 22? 2,5 Sekunden. 22, sieh. Okay, okay. Ich weiß nicht, er ist einfach rumgefallen und er hat nicht mal wirklich Sackwur betrunken. 13,9, der Blutdruck fehlt. Naja. Äh, einmal wieder Abstand, ich benutze den Defi. Okay. Und die Serie ist, ich sage immer 3, 2, 1, weg. Ja, ich sage immer direkt Abstand, das ist einfach nur. Ist halt Abstand. Das passiert übrigens, wenn man die Verletzungen, wie er, die Reihe vor uns geschlagen hat, nicht gleich behandelt. Dann verlierst du irgendwann zu viel Blut. Alles gut hier? No. Ja. Oh oh. Soll ich nochmal Blutdruck messen? Äh, ja. Ähm, Insuris würde dann zumachen tatsächlich, ja? Okay. Äh, 4 zu 3. 48, Slega. Wenn der Herzschlag, dann müsste sich der Blutdruck auch langsam dann beruhigen. Das ist jetzt noch, weil er so viel Blut verloren hat. Okay. Okay, es bleibt wieder 30, 20. Ich habe noch nie mal so auf Blutdruck gemessen. Danke, dass du gekommen bist. Ach, wir haben bloß noch einen anderen Patienten, der da fast am sterben ist, aber alles gut. Mir ist mir, ist mir leid. Es ist immer auf einmal, ja? Dann sind wir die meisten. Das ist schlimm. Ja, ja. So, jetzt abwarten. Der Puls fällt wieder. Ich seh's, ich seh's. Mann. Was macht der denn? Wir sind ein gutes Team, ja. Sie? Es kann nur sonst nichts. Ich hab von uns auch schon mal gepumpt. Mhm. Also wenn, dann wäre ich's für eine sehr lange Praktikantin, weil ich habe keine Ahnung. Aber es kann Blutdruck messen. Ja, das reicht. Hm. Hm. Ich kann ja nicht woanders umfallen und ist hier. Und soll ich's pumpen? Nee, alles gut. Abwarten und zitterneu ist es jetzt. Sie vielleicht, wir spritzen nicht mehr, irgendwas lustig ist. Ich hab ihn schon Adrenalin gespritzt, damit das Herz besser pumpen kann, um DSP. Aber das ist ja nichts Lustiges. Ich spritz kein Morphium. Hm, okay. Morphium würde ihm bloß noch mehr rumbringen. Okay. Okay. Der Puls steigt. Gut, gut. Das sag ich mir erzählen, du kriegst den Blutdruck. Mehr Kaffee trinken. Langsam kommt der auch wieder hoch, der Blutdruck. Sehr. Das ist eine sehr falsche Situation, um das zu fragen. Aber war das der Ernst, Morgan, mit dem Date? War das der was? Dein Ernst. Wie war's mein Ernst? Hm, dass wir haben morgen ein Date? Ja. Okay. Du hast nicht mal gefragt, ob ich Zeit habe. Wenn du Zeit hast? Na doch, du. Ich hatte dich ja schon mal gefragt gehabt. Nee, aber dann ist wegen morgen. Du meintest, dass es morgen besser wäre. Nee. Aber wenn ich den Typ hier so liegen anssehe, dann wäre vielleicht heute besser gewesen. Heute wäre besser gewesen. Ja, alles gut. Ach komm schon, Junge. Steh wieder auf. Hm? Quatsch, du hast mal über ein Date. Der Typ liegt auf den Boden. Toni? Gib dir mal hier so eine kleine Aufwachstelle. Vielleicht hilft das. Du oder ich? Wer soll zuslagen? Such die Frauen. Das ist besser. Hat geholfen? Warte, wir können's gleich schauen. Au. Hat geholfen. Guten Morgen, Donnerösschen. Hallo. Was ist denn passiert? Keine Ahnung, mir ging's super. Ich hab an sich... Ich hab auch mein Herz vorher gehört. Mir geht alles super. Mir geht alles super. Auf einmal wurde's dunkel. Ja, es ist... Ich denke, sie hatten irgendwie eine kleine Blutung oder so, die sie nicht bemerkt haben. Haben sie sehr viel Blut verloren, ja. Aber wenn's ihnen... Geht's ihnen jetzt super? Mir geht's super. Ich hab nix. Wenn's ihnen super geht, ja. Dann würde ich ihn bitten... Wollen sie mit ins Krankenhaus oder wollen sie hierbleiben? Ich will hierbleiben. Okay, warten so kurz. Jetzt will der Herr Geld. Ich bitte sie einmal hier zu unterschreiben. Damit, dass ich sie darüber aufmerksam gemacht hab, dass die auch, äh, hier wieder umkippen können, ja. Weil sie ja... Und dann muss ich ihnen noch ne Rechnung geben. Wer ist der Typ, mit dem du nennst du da rumhängt? Tut mir leid, aber das ist leider... Mann, Mann, Mann. Kippt der uns einfach hier um, im Laden. Das ist doch logisch, alles gut. Hm. Die ist nicht billig, weil sie gar nicht mit werden mussten. Und holen mussten. Hola. Und viel, äh... Weg. James. Ja? Der G hat einfach das Gleiche an wie ich. Ich bezahle ich aber dann... Ja, ja, sollten sie mich bezahlen, dann werde ich... Der Typ, der da gerade hinten eingeladen ist. Ich glaube, sie haben Zeit bis zum... Ich glaube, der wollte mir nachmachen. ...sechsten, sechsten. Und sollten sie bis dahin nicht bezahlt haben, werde ich das PD darauf ansetzen, dass sie es bezahlen. Ja, bis dahin ist er bezahlt. Machen wir mal keinen Kopf. Ja, ja. Heute ist aber langweilig hier. Also langweiliger. Äh, ich sehe tatsächlich, heute ist nicht viel los. Wir sind denn die hier nicht? Achso, sind sie... Seid ihr das? Wart ihr... Wie seid ihr das? Wie bin ich? Wie seid ihr das? Ich... Hier waren doch welche, die wollten... Die wollten den Türsteher machen, oder nicht? Ich sehe. Aber das sind nicht die beiden. Achso, kann er sein, tut mir leid. Na. Sieht aus dem Türsteher, oder was? Kann er sein. Wie sieht ihr denn aus? Ich sehe doch gut aus, oder? Wie sehen wir denn aus? Habe ich mal fein gemacht hier. Darf es was zu trinken sein? Wolltest du nicht schließen? Ja, eigentlich so. Ja, dann musst du das auch mal konsequent durchziehen. Ich weiß nicht, wo eins zu hinst, tatsächlich. Wie schließen? Hast du gerade erst gekommen? Ja, gerade wollte es aber schließen. Ja, sieh, nachdem es hier jemanden will, überlegen musste. Ich verdiene noch nicht. Ich gebe ihr das Geld gerne. Was darf es denn sein? Ja, ich würde einmal hier so eine Whisky-Cola-Runde schmeißen für uns drei. Sie? Sie? Ich bin sehr egal, woher Mösel. Das ist ja der Typ von gestern. Die Ärzte besaufen sich schon. Gehalt so schlecht. Ich trinke kein Alkohol hier. Achso, achso, okay, das wusste ich. Oder die Cola. Cola? Nee, nee, Cola Light. Ja, schön ohne Zucker. Oder wenig Zucker. Hero. Ich glaube, das ist der Eker-Fritur von gestern. Nee, nee, Light. Darf ich mich drauf? Natürlich. Ja, sicherlich. Jetzt siehst du, wusste ich doch. Das ist eine Bar hier. Club. Das ist Club. Take your tears for another. Nicht mal Mucke läuft. Ja, was ist denn heute los? Ja, weil wir wollten gerade es listen. Ach man, das ist doch so kacke. Deswegen, ich gebe euch jetzt noch eine Runde. Und dann werden wir rausgeschmissen, ja. Nachher. Oha. Und ich bekomme 600 Dollar von die Frech sind mehr. Von was? Von dir. Vom frechen her? Nee. Warum denn frech? Nee, das habe ich einfach so eingesetzt. Das aber jetzt. Das Trinkgeld ist jetzt aber hier, also. Das finde ich jetzt auch ein bisschen. Kein Trinkgeld. Ja, das. Also, mich jetzt hier als frech hinzustellen, das ist schon. Okay, dann darf die Lady bleiben und du kannst gehen. Dein Witz. Mein Gott, du hast es keinen Spaß. Und dabei trägst du ein rosa Hemd. Ich hätte dir gedacht, du fährst des Nespas. Wollen wir hier auf eine Schlägerei hinaus, oder? Du bist was? Du willst es mit mir prügel? Ja. Nee. Ich habe genug Geld, ich muss es nicht machen. Zehner, Zehner auf Bayer. Ich bin reich. Ich habe es geschafft. Willst du das mal die Bällshicks machen? Das ist sehr schön für dich, dass du bist reich. Ich helfe niemanden, der sich jetzt in die Schlägerei... Trotzdem, du hast keinen Klamottengesmack. Was? Hast du nicht eigentlich? Ein schwarzer und weißer Anzug? Nein, das rosa Hemd. Also eigentlich schon. Es geht nur um das rosa Hemd. Ich muss dir nicht helfen, wenn die sich hier vor meinen Augen prühen. Ach, komm. Da ist er auf. James, scheiß auf, lass abziehen. Echt? Ja, der hat einen Bock nicht. Keine Musik. Hey, tschüss. Wo ist es mit? Ciao. Ciao. Ich mag die eh nicht. Das ist der Typ, der gestern zu mir gesagt hat, ich soll ihm mein Pissloch zeigen. Das ist auch der Typ, der hat sich mit der Dame vor meinem Medical Department geschlagen. Das ist der Typ, der hat gesagt hat, du, zeig mir deine Spalter, zeig mir dein Pissloch, du Bitch. Deswegen, es muss auch nicht höflich sein. Der hat mich Hurensohn genannt. Ja, ja. Was? Es ging nämlich darum, die hatten sich dann eine Schlägerei vor dem MD, ich hab die Polizei gerufen, hab den angezeigt und er meinte Hurensohn. Oh, dann hat er direkt eine Schelle kassiert, also what? Und das noch, als ich weggegangen bin. Ja, den suche ich auch. Der ist gerade nach hinten gegangen. Der ist nach hinten gegangen. Und sie ist auch wieder an. Ich war noch nicht fertig mit ihm mitreden. Äh, Sina, du kannst gleich mit mir reden, du gibst mir mal deine Telefonnummer bitte. Wollen sie hier auch arbeiten? Oder wird denn... Nein. Tatsächlich, ich bin die bessere Ansprachsbeutnerin dafür. Machen sie hier was geschäftliches? Gib mir mal deine Telefonnummer. Jo. Ich gebe sie weiter, ich kann dir nichts versprechen, dass der Herr sich meldet, okay? Ja, man kann ja, ich wollte ja sowieso gleich noch... Hast du es bekommen? Okay. Okay. Jetzt gebe sie weiter und dann, äh, du wirst sehen, ob es jemand verdient. Ja, ist klar. Sind die denn da? Ähm, vorhin noch nicht. Okay. Aber ich sage dir, du kannst verdammt gutes Geld verdienen. Das ist der Plan. Gut. Darf ich fragen, was sie geschäftliches machen? Hallo. Ich will hier als Tänzer anfangen. Als Tänzer? Möchtest du was trinken? Ja. Ich kann auch gut tanzen. Ja, bitte. Ja, ich will es lernen. Äh, machen wir irgendwas. Raya. Überrasch mich. Äh, möchtest du umgehauen werden oder möchtest du was fruchtiges? Erstmal was fruchtiges, bitte. Okay, okay. Zequila. Zequila auf meinen Nacken. Raya, darf ich kurz tanzen? Natürlich. Alles klar. Sie ist hinter dir ab. Lernen Sie vom Besten, ja. Na, okay. Kommen Sie, kommen Sie vorne ran an die Stage. Oder Sie können auch mit raufkommen. Da bitte. Dankeschön. Was kriegst du von mir? Ein 200. Gracias. Bitteschön. Du hast den Tätowierladen, richtig? Ja, genau. Ah, see. Bei dir muss man unbedingt noch vorbeikommen. Ja. Wenn du möchtest, können wir auch gerne Nummern austauschen. Dann kannst du dich einfach melden, wenn ich mal verpatze, das bei Twitter zu posten. Sehr gern. Wie, da ist gerade bei Airdrop. Mhm. Hast du es bekommen? Ja. Ah, super. Sehr gut. Da wollte ich schon die ganze Zeit hin und irgendwie habe ich es immer verpasst. Ja, wie gesagt, melde dich einfach, wenn du Zeit hast und ich da bin, dann kriege ich dich da schon irgendwie zwischen. Das ist kein Problem. Sehr gut, sehr gut. Ähm, er tanzt gar nicht so schlecht. Denn es wird nichts mit der Medizin, er kann tanzen. Das hat mich jetzt tatsächlich überrascht. Ja, warum nicht, ne? Hier so ein paar Mediziner oder auch Polizisten tanzen lassen. Nee, das fragen es schon alle, aber die wollen immer nichts. Hm. Die sind alle Fußballbrüder. Ja, das stimmt natürlich. Ja, vielleicht ist es halt den einstellen. Ja, so nachts oder so kann er ja arbeiten, warum nicht? Finde ich es auch. Und dann ist wenigstens beschäftigt. Genau, das stimmt. Ja, und er ist nicht so alt wie Herbert. Das schaut man sich schon lieber an. Ja, das stimmt natürlich. Wobei Herbert für sein Alter nichts lässt es. Ja, ja, ich habe auch gut gestaunt gestern tatsächlich. Als er das erste Mal gesagt hat, oh, Raya, darf ich es tanzen? Ich habe gesagt, oh Gott. Das wird nichts. Der andere Mann, der kriegt dann einen Herzinfarkt. Aber man kann es so teuer. Ich kann das in seinem Alter so gelenkig ist, ne? Seht, die Hüfte ist gut beweglich noch. Ja. Also ich glaube, das macht er auch privat, glaube ich. Das kann ich mir bei ihm vorstellen. Also, ja, doch. Ich glaube, wenn er privat hätte, er wirklich gerne eine Stange zu haben. Also im Schlafzimmer, muss ja jetzt keine große sein. Da nimmt er auch nicht viel Platz ein eigentlich. Und sonst ist nichts Hartes mehr an ihm. Ja. Sie können auch zur Mathematics kommen. Ich bin sehr beeindruckt. Ich habe geübt, als du nicht da warst, ja? Ich habe ja den Schlüssel. Ah, ich verstehe. Ja, ja. Falls man mal Not an Mann hier ist, ja? Habe ich ja versprochen. Oder eher Not an der Frau. Das ist wohl auch mal. Ja, das stimmt. Du kannst das ruhig öfter machen. Ja, Raja, jetzt habe ich mich doch noch für dich ausgezogen, ja? Ich sehe. Wer ist die Dame eigentlich rechts von mir? Äh, ich bin Mary. Mir gehört der Tattoo-Laden. Ich habe sie noch nie gesehen. Gestern? Ach, vielleicht war noch zu voll. Kann sein, ja. Das ist ja was, das ist ja was zu voll. Ich stelle mich mal vor, ich bin Felix Wolfs. Ich bin der Director. Magst du noch was trinken? Ja, dasselbe nochmal wie gerade, bitte. Ich habe mir gedacht, ich habe mich gestern schon rausgehört. Ja, natürlich schon. Wenigstens ist es ein sehr lustiger Erekt, ja. Ja. Lustig, aber dennoch ernst. Das muss man mir wissen. Das stimmt, man muss aber ein bisschen aufpassen, ne? Ah. Es geht, was da? Ja, wolltest du nicht schließen? C. Du musst das auch mal konsequent durchziehen. Nee, da hast du Rest. Vielleicht ist das Lerne irgendwann. Sonst, sonst mache ich das. Alle raus oder sonst kriegen ja alle Morphium gespritzt. Oh ja. Nimm ich noch einen Schnaps und dann hau ich ab. Nein, nein. Ich nehme das Morphium. Ne, das Morphium bringt sie um, vertrauen sie mir. So, Sie wollten es zwei? Geben sie mir eine Unterschrift und ich gebe sie ihnen. Dann kippen sie um und sind tot. Okay. Dann krieg ich es 300 von dir. Hast du das nicht gerade bekommen? Ich habe dir das gegeben. Denkst du, ich gucke es Dennis? Nein, ist okay. Wenn du es sagst. Und du bekommst einen, ich danke dir. Wie gesagt, bei der Dame geht es um mich. Super, danke. Ja, bitte schön. Ah, danke schön. Das ist sehr nett. Der Herr links von mir möchte ich nicht verraten, was er macht, deswegen sage ich es noch nicht. Gebe ich ihn auch nicht aus. Ich habe eine ärztliche Schweigepflicht, ja. Das können wir alles sagen. Ja, das ist wohl wahr. Und ich mag das BD eh nicht. Das BD mag niemand. Und das ist auch wohl wahr. Ja. Wir sind aber auch selber gesund, so wie sie sich verhalten. Ich gründe eine eigene Regierung. Die könnten wir gut gebrauchen, weil da kann ich beantragen, dass ich Cannabis-Medikament bekommen kann. Sofort. Ich unterschreibe sofort. Direkt durchgesetzt. Jedes Mal suche Enzo. Wir sind mal weg. Ich muss jetzt mal was testen gehen. Ich bin draußen. Ich will mir jetzt einen S8, ja. Ah, okay. Lass bitte keine mehr rein. Ich würde dann zumachen wollen. Ja, okay. Es sei denn, du wirst noch aufhören lassen. Nein, 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 nein. Alles gut, alles gut. Okay. Und ich muss dann nochmal kurz mit den Reden weg an diesem Typen. Der Typ hat einen Arm. Okay, okay. Ich rede doch nicht von dir, Tony. Okay. Gehen die Geldautomaten hier? Was für ein Ferrari war das nochmal? Sie, natürlich gehen die. Ich muss mal gucken, ob das funktioniert ohne Visum. Ah ja, was für ein Ferrari war das nochmal? F. F12. Ferrari F12 verdroht. Jaja, kaufe ich mir als nächstes. Ich habe mir jetzt gerade einen S8. Die Dame rechts vor mir. Und jetzt bald noch ein... Ich hole mir jetzt ja gerade einen R8. Das ist eine Kacke. Und bald jetzt auch noch ein Ferrari wohl. Wie es aussieht. Ohne gültiges Visum, das ist schwierig mit die Bank. Habe ich auch gemerkt. Ach so, sie haben noch gar kein Visum. Na, ich wollte es machen, aber ist keiner da. Morgen habe ich gehört, weil du machst es nur wohl oft. Da bin ich nicht da. Na, das ist schlimm. Das Problem ist, die machen das zu unsittlichen Zeiten. Wenn nicht notfalls, kann ich das für sie klären. Ich habe da Kontakte. Aber heute auf jeden Fall nicht mehr. Heute. Das ist zu spät, glaube ich. Ihr streit, wenn ihr seid lustig. Oder wenn ich sie aus Abfüllen soll. Gib mal bitte zwei Tequila, Raya. No, Tequila, das muss Enzo machen, weil ich habe immer das Bedürfnis, den an meinen Mund zu führen. Okay. Oder drei. Ja, was jetzt? Zwei oder? Drei, 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 drei. Hörst du, ich komme aus Terroana. Immer wenn ich Tequila sehe, ich muss trinken. Wie geht das weiter? So, an wen gehen die jetzt? An mich. Okay. Tequila. Bitteschön. Felix kann richtig gut tanzen. Dann kriege ich 300 Euro von dir. Mal kurz, ich slurp den kurz. Jetzt geh ich kurz zur Bank und dann begebe ich dir den gleich, ja? Ja. Ich trinke kurz, ja? Oh no. Kommst du mal eben kurz rein, ja? Okay. Nicht so weit weg, weil ich will die Bahn nicht so lange lernen lassen. Ja. Haben die sich biswert, der Typ mit dem rosa Hemd? Mit dem rosa Hemd? Okay. Eben draußen beim Untersuchung. See. Ja. See, das ist der Typ von gestern. Und der war jetzt schon wieder frech. Okay. Hast du dir einen Namen gemerkt? No, woher soll ich den Namen wissen? Den hat ich mir nicht gesagt. Okay. Aber er gehört auf jeden Fall mit zu Massier. Er hat kein Trinkgeld gegeben, er hat sich übelstbeswert aufgeregt. Und dann Massier hat mir Trinkgeld gegeben, noch 100 Dollar. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann der Mann mit dem hässlichen Hemd jetzt gehen und die Dame darf bleiben. Okay. Und dann hat er und sein komischer Kumpel mit diesen Dreadlocks, die da mit dabei waren, gesagt, ja, der Ladenbock sowieso nicht und sind gegangen. Ja, gut. Okay. Dann sollen sie es lassen. Warte, 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 warte. Okay. Also wir lassen jetzt keine mehr rein, okay? No, bitte nicht. Ich bin wirklich müde. Ja. Und du möchtest gleich noch mit dir und Johnny sprechen? Oder ihr habt das nicht ganz verstanden eben am Telefon? No. No, ich denke, es ist alles geklärt, oder? Ich wollte mit dir sprechen wegen dieser Typen. Ach so. Ach so. Ach so, gut. Ja, dann frag doch, oder, ja, oder kriegst du versucht, um mal den Namen rauszukriegen, damit wir dann nächstes Mal wissen. Weil der Fing auch, äh, ist auch unlogisch, von wegen, keine Lebensmittel hier im Laden und sowas. Ich sag so, ja, du. Ich weiß nicht, wen ich es fragen soll. Die Massier ist mit denen unterwegs. Ja, nein, nein, nein. Alles gut. Ich frag sie trotzdem mal. Ja, versuch mal. Ähm, ja, ähm, ähm, wir machen mal das gleich mit der Bezahlung. Es ist eben ein bisschen was schiefgelaufen mit der Einstellung, aber es hat sich jetzt geregelt. Die haben jetzt alle volle Rechte. Also, mit Durchsuchen hat das nicht geklappt. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber es läuft jetzt. Ähm, ähm, hörst du mir zu? Nee. Du wolltest ihnen doch noch Geld geben für, äh, für die, für die Anzüge, ne? Die, sie wollte nicht. Okay. Ist es in Ordnung, wenn ich jeden jetzt, äh, erstmal 1000 Dollar so in der Hand drücke? Nee. Kannst du auch 1005 machen. Also, was 1005? 1500. Achso. Okay. Dann haben sie auch gleich was für die Kleidung. Ja, alles klar. Gut. Ja, dann war's das. Dann sieh zu, dass du die dann an der Ticke los wirst und dem Meldick auch, der da hinten schön am Tanzen ist. Okay. Aber weißt du, ja, ich habe es so dreimal gesagt, das macht zu und jedes Mal kommen da ihr Gäste. Ja, ich, ich, ich sag das jetzt, dass keine mehr reinlassen sollen und dann. Okay. Gut. Perfekt. Ich versuche den Namen rauszufinden von dem Typen. Alles klar. Ah, Felix. Man sollte dir keinen Alkohol geben. Tequila. Wobei du betrunkenst und ziemlich süß bist. Tequila. Okay. Du bist dir sicher, dass du bei dem Mediziner bleiben willst und nicht hier anfangen willst? Tequila. Okay, mehr kommt heute nicht mehr raus, glaube ich. Oh, gut, dass wir hier drin sind. Siehst, da würden wir noch mal nicht, dass noch mehr Leute kommen. Tequila. Weil ich es muss nämlich langsam wirklich ans Bett. Okay, dann will ich nicht aufhalten. Willst du noch was trinken zu mitnehmen? Ja, machen wir mal noch einen Schraub. Tequila. Okay. Äh, noch einen Shot wie vorhin? Jo. Ich mach das. So viel zum Thema. Ich mach heute ein bisschen Privat-Appeal, ne? Also, der Typ kommt hier nicht mehr rein. Doch, doch. Da muss er, das ist eine AP-Konsequenz, mit der er jetzt leben muss. Und so. Sie, kriegst du aufs Haus. Ich küssere Herzen. Danke, vielen Dank. Und, ähm, ihr macht jetzt schon einen ziemlich guten Eindruck, also es gefällt mir jetzt schon was. So, weil du auf einem Bein kannst du stehen. Oh, vielen Dank. Sehr lieb von mir. Dankeschön. Es freut sich auf jeden Fall, dass wir vor allem noch einen schönen Abend hier, lass dich nicht zu lange aufhalten. No, ich werde jetzt den Arzt dann irgendwann rausziehen. Ja, vielleicht sollte ich im Chaos lagen. Ja, besser ist. Okay, und wir sehen uns wegen die Tattoo, ja? Ja, genau. Alles klar, danke, dass du da warst. Ja, klar. Ja, danke. Äh, Joni, warte ganz kurz. Ja, 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 ich bin da. Geben wir außer dir. Ein Tequila. Felix, du fühlst es auch, ha? Dann wird es schon. Tequila. Ich danke dir. Ich wünsch dir noch einen schönen Abend, ja? Den wünsche ich euch auch. Tschüss. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tequila. Schön, Tequila. Ähm, danke, äh, Felix, wofür? Tequila. Ja. Okay. Ach so, ach ja, genau. So, Joni, was wolltest du trinken? Hast du noch Bock auf ein Bier? Äh, ja, na klar. Du auch die Bock auf ein Bier? Ja, klar. Ja, klar. Ich müsste eine Tequila Sunrise bar, Mann. Tequila. Auch dir danke nochmal, ja? Ich muss dir ein Tequila Sunrise machen, ja? Ist dir bitte? Ja, warte, dann lass mich drehen mit dem Leiden das Bier geben und dann machen wir die Tequila Sunrise. Jetzt bin froh, dass ihr da seid. Freue mich hier zu sein. Ja, natürlich. So, und sobald ich es herausgefunden habe, den Namen von dieser Typen in die hässlichste rosa Hemd, der will kommt aus Verbot. Ich muss sagen, ich habe Tequila, der spallert lange. So, Joni, einmal für dich. Vielen Dank. Und einmal für dich die. Danke. Und für dich mache ich jetzt ein Tequila Sunrise, ja? Ja, bitte. Okay. Ich muss zumindest dann wieder mit diesem ekelhaften Typen von gestern rumslagern. Wer ist dieser Terry the King? Hm, weiß nicht. Ist das der Typ mit dem rosa Hemd? I don't know. Der Typ mit dem... so ein Scheiß da rein. Der Typ mit dem rosa Hemd, der war vorhin da mit diesem hässlichsten weißen Anzug und sein rosa Hemd, der hat hier direkt... Das ist der Typ, der gesagt hat, ich soll ihm mein Pissloch zeigen. Der hat vorhin direkt wieder Stress gemacht, deswegen ich habe gesagt, er kann gehen. Nee, 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 nee. So ein Vogel, wirklich. Ja gut, man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Nee, der hat mich gefragt, ob wir uns prügeln wollen. Was ist das denn für eine... Ich weiß nicht. Und ich glaube, es ist ihm nicht ganz klar, dass ich bin bewaffnet im Gegensatz zu ihm. Jetzt ist mir das Glas runtergefallen. Jetzt bräuchte man einen Praktikanten zum Saubermachen. Siehst du, das meine Steride King, da will man mal schön ne rosa Spalte sehen und dann das. Oh mein Gott. Okay, der bekommt definitiv Hausverbot. James, er heißt. James, was? James, ich habe nur den Vornamen bekommen, gerade von Masia. Noti mir das. Da kommt nichts dran. Ich lasse mich nicht jedes Mal hier anmachen. Was ist denn eine Beschreibung? Äh, seh, das ist... Du erkennst ihn an der Ghettosprache. Ghettosprache. Das ist der Typ, der gerade bei Twitter über uns erzählt. Ich glaube, das waren die Herren, die erst vor kurzem reinkamen hier. Der weiße, beide weiße Anzug. Mit dem achtet, der, der... Die kam raus und haben gesagt, beim nächsten Mal möchte ich mehr Bitches, mehr Koks, bessere Musik haben. See, und das war gestern schon so, dass sie als erstes, ja, wo sind die Bitches? Und dann, wie gesagt, diese zwei Begriffe, Spalte und Pissloch. Mir war ja schon unsympathisch, als er reinkam. Und, äh, jetzt wieder, man will sich schon eine rosa Spalte sehen. Ich meine, ganz ehrlich, weißt du, dann soll er in einen Puff gehen. Noch keine Haare am Sack, aber die große Fresse haben. Wo ist er? Kriegen wir hin? Bitte, Raya, komm runter jetzt. Danke. Nein, das regt mich auf. Ja, nein, stimmt. Hast ja auch recht. Geht auch nicht. Nein, geht auch nicht, aber, ähm... Hier, aus mir, wie viel Tequila hast du da reingekippt? Ja, Tequila ist gut, ne? Tequila. Oha! Medikator frei, ja. Ja, wie gesagt, wenn die Typen nochmal auftauchen, erklärt es denen erst vernünftig und wenn sie es dann nicht kapieren, ne? Also der und auch sein komischer Kumpel mit diesen Treadlocks. Aber die waren draußen sehr sympathisch, haben so Humor gemacht und so einen Scheiß. Ja, aber offensichtlich ist, er hasst Frauen. Ja, gut. Er soll dann den Hintereingang benutzen. Okay. Wenn es, äh, für den besser ist. Leben und Leben lassen, aber nicht, dass du trotzdem immer nicht beleidigen, ne? Nein, sowas wollen wir nicht halt. Also unsere Tänzerinnen sind halt Tänzerinnen und keine Nutten, okay? Ich glaube, wegen dem bin ich auch nochmal im Support. Tatsächlich. Seriöser Schub. Genau. Ja, Sprachen im Bubble. Alles gut. Du, bei so einem weißt du nie, der tatscht ja am Ende die Tänzerinnen an und simplicens weiß. Ja. Das geht nicht. Also das wollen wir nicht, sowas. Unsere Tänzerinnen und unsere Leute sollen sich hier wohlfühlen. Oder ich muss ihn abstellen und das ist auch immer scheißer. Das ist eine Sache, die einfach grundlegend ist und das ist Respekt. Ne, ganz genau. Ganz genau, so ist es. Ich muss zugeben, es war jetzt auch Fress zu ihm ein bisschen. Ich hab ihm gesagt, dass er das Hässlichste aussieht und dass er gehen kann. Weil ich... Das hat er verdient. Ich behandle die Leute ja auch respektvoll. Stimmt, du warst ja dabei. Ich weiß noch, vor Jahren in der Schule, da gab es immer so eine goldene Regel. Die hieß immer, die hieß immer, behandle... Behandle mit Menschen, so wie du auch behandelt werden willst. Ja, genau so ist es. Egal wie alt... Warum hast du den beleidigt? Ich finde, ich kann es nicht anwenden. Ja. Genauso sehe ich das auch. Aber warum wurde der beleidigt denn so? Wer beleidigt? Ja, der Typ da. Dieser James. Warum der beleidigt wurde? Ja. Nein, der wurde nicht beleidigt. Ach so, okay, pardon, dann nehme ich das zurück. Nein, 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 nein. Also, ich hab ihn mit Respekt behandelt und wenn er sofort anfängt, warum wollt ihr keine Lebensmittel? Wie gesagt, das sind unsere Gesetze hier. Da haben sich die Leute daran zu halten. Oder wir müssen einen anderen Laden suchen. Darf ich, darf ich, ich will jetzt nicht überheblich klingen oder irgendwie als Besserwisser dastehen, aber wir sind, glaube ich, jetzt ein Team und wir rudern alle zusammen. Richtig. Und der ein oder andere Vorschlag wäre vielleicht für den ein oder anderen hilfreich. Ich glaube, ja. Wenn wir mehr als zwei Türsteher da sind, was haltet ihr davon, wenn einer hier vorne steht und einer draußen? Ja, perfekt. Genau, wir haben es schon gesagt, wir lassen uns freie Hand, wie ihr das organisiert, weil wir da mit Vertrauensschleus. Genau, das könnt ihr selber unter euch dann abstimmen. Wenn ihr mehr wie zwei Türsteher seid, also wenn ihr zu dritt seid, dann sprecht euch ab oder wechselt mal durch. Das könnt ihr so machen, wie ihr lustig seid. Also eine Regel haben wir das auch so gemacht, wenn wir zum Beispiel jetzt mehr oder mindestens zwei Türsteher da sind, weil das halt echt... Dass wir uns abwechselnd verteilt haben. Du kannst Ghetto-Gangster spielen, wenn du das willst, aber... Genau für solche Filme. Auch da sind solche Sachen halt einfach too much. Ich weiß nicht, gibt es hier einen Funk? Nein. Nein, leider nicht. Okay. Aber egal, kriegen wir hin trotzdem. Jetzt habt ihr einen Kommentar bei Twitter gemeldet. Du meinst, dass... Stimmt, mit du. Mach ich direkt auch. Wie damals im... Wie? Ja, Bro. Du meinst, das ist wie damals im Yellowjack, ne? Genau, genau. Ah, ja, das check in. Ist ja auch nicht anders. Man hat immer Kunden, die ein bisschen aus der Reihe tanzen. Gerade wenn Alkohol im Spiel sind. Und die nicht ihre Grenzen kennen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Auch für noch Funk kriegen, weiß ich nicht. Ich kann das mal bei der Stadtverwaltung mal anfragen. Ich glaube, das werden nur die Fraktionen haben. Ja, ich denke auch. Dass wir da mit Sachen Funk... Ansonsten müsst ihr, wenn ihr Hilfe braucht, vielleicht eben über Telefon einmal durchklingeln lassen. Das könnt ihr sagen, irgendwie, wenn ihr einmal durchklingeln lasst von euch untereinander, dass es dann Probleme gibt, dass dann einer dann drin ist. Und wenn dann einer von draußen nach rein muss hier, dann eben die Tür einmal abschließen, dass kein weiterer reinkommt. Easy. Perfekt. Aber ich habe das echt eben gar nicht mitbekommen, ja? Ja, ich habe das eben, als ich die durchsucht habe, da fingen sie vor schon so zu diskutieren. Hier, blöö. Man kann ja auch rübergehen zum 24-7. Seist du sicher, dann geh rüber. Mein Gott, dann hol dir das scheiß Sandwich da. Aber dann musst du latschen. Hier kannst du bequem, aber da trägt an deiner Bar sitzen bleiben. Ich gebe dir ein fucking Sandwich, wenn du eins haben willst. Ja, das war, glaube ich, so ein Mensch, der einfach Aufmerksamkeit gebraucht hat. Ja, wahrscheinlich. Und der gesehen hat, dass hier nicht viel los ist. Wenn er gestern hier gewesen wäre, hätte er die Faxen sehr wahrscheinlich nicht gemacht. No, der war gestern hier und hat dieselben Faxen gemacht und ist sogar noch schlimmer. Echt? Ach, das war der Typ, wo er auf der Bühne war? See. No, der war nicht auf der Bühne, der war an der Bühne und hat halt eben, ja. Ja, ich kannte ihn ja halt nicht so. Ich habe den auch nur ganz kurz gesehen. Okay, okay. Also gestern war hier so Trubel und ich war auch, muss ich ehrlich sagen, so nervös gestern. Ja, das hat man gleich gemerkt. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch euch kurz eben die Ausweise von den Leuten zeigen, wenn ihr die durchsucht und reinlässt. Ja, wirklich besser, weil wir haben Hausrecht, also von daher. Genau. Damit ihr ungefähr die Namen wisst, wer das dann ist. Und wenn einer Stress macht, dann können wir den Cops dann auch sagen, hier, der und der hat Stress gemacht, wenn die abhauen sollten. Dann haben sie sofort einen Namen. Ja. Könnt ihr euch irgendwie aufschreiben oder irgendwie so. Könnt ihr auch sagen, dass die Daten vertraulich behandelt werden, dass da nichts irgendwie mitgemacht wird. Und dann auch wirklich bitte vertraulich dann behandeln. Ich glaube, es geht ja nur um den Alter. Man ist ja ab 18, oder? Ja, ja, ja. Unter 18 sowieso nicht hier rein, ne? Ja, das hat, glaube ich, wenig mit Daten zu tun. Das ist eine völlig legitime Durchführung. Ja, aber da wird es bestimmt auch irgendwelche Fragen geben, warum, weshalb. Ist einfach so. Klar, natürlich. Eben kurz, einmal kurz Kontrolle. Das sollten wir vielleicht auch reinführen, dass wir eben kurz die Ausweise sehen von den Leuten und dann können die ihr Spaß haben, wenn sie sich benehmen, wie sie wollen. Können sich den Arsch zuziehen, wie sie wollen. Solange sie keinen Stress machen, ist alles richtig sauer. Ich sage mal so, man muss das ja auch nicht bei jedem Kunden machen. Bei Stammkunden weiß man ja, was ist. Ja, gut, aber wir sind ja erst gerade und außerdem in die Konrad jetzt vor kurzem was drauf. Bei den VIP-Kunden, die sagen euch eh die Namen. Ja, bei den VIP-Leuten sowieso nicht, denen haben wir gesagt, dass sie nicht kosten. Ja, ja, klar. Aber die melden sich auch an, die kommen und sagen, hier, es gehöre zu dem und dem. Genau. Ich bin VIP-Kunde, die sagen euch auch Bescheid, das wissen die. Ja. Ist einfach nur eine Routine. Wenn man die dann halt zweimal, dreimal gesehen hat, dann weiß man, okay, da läuft es auch ein bisschen schneller und flüssiger. Perfekt. Ich glaube, wer wird in die richtigen Leute eingestellt. Ich glaube, da kommt gerade das PD. Ich sehe es, hoffe dann, ich kann fragen, ob die... Und die Tür ist zu, ich habe sie abgeschlossen, ne? Ja, die haben Schlüssel. Ich weiß nicht. PD hat Schlüssel. Ohne, dass er es mitbekommen hat. Und zum Glück war ich noch wach. Der Geschäftsführer hat es schiengelegt, hat das gar nicht mitbekommen. Auf einmal rief der Arbeitskollege an, jo, die, komm, mach mal die Tür auf, ich komme nicht raus. Ja, das Problem hatte ich gestern auch, weil ich hätte gestern unseren ersten Türsteher meine Schlüsselkarte gegeben. Und wir halten das immer so, dass die Zwischentüren immer abgeschlossen sind zum Büro hin. Ja. Und ich war im Büro und kam aus dem Büro nicht raus und musste die Raja auch anrufen, dass sie mich eben aus dem Büro wieder befreit. Dann kannst du froh sein, dass sie noch wach gewesen ist. Ja, war ja am Anfang des Abends. Und dann bin ich nachher nach Hause gefahren und habe mir eben noch eine Schlüsselkarte geholt. Was mir ab und zu passiert, das ist auch nicht böse gemeint, wenn ich es von weglaufe, dass ich direkt hinter mir zuschlüsse. Das ist so drin. Das ist so eine Handbewegung. Also wenn ich euch mal die Tür vor der Nase zumache, kann ich es böse sein. Ja gut, solange ich nicht stolper. Bei deiner Nase kann man eh nicht mehr viel kaputt machen. Oh mein Gott, thanks, bro. Frag mal, endst du nach seiner Nase? Nein, bitte nicht. Ja? Ich habe heute von der Raja einen Kopfnuss bekommen. Die du hattest du verdient. Nein, die hatte ich nicht verdient. Nein, ich schlage keine Mitarbeiter, ich schlage nur ein Zug. Achso, okay, ja dann. Wir sind wie Geschwister. Ja. Und dann habe ich ein Kühlpäck für 10 Minuten auf der Nase gehabt. So. Masia möchte wissen, was los ist. Ja, schreib dir doch. Sag ganz klar, was los ist. Alles höflich schreiben? Bitte. Ah, ich habe die Nachrichten begonnen mit, wie heißt der Typ mit dem hässlichsten rosa Hemd. Ja. Sei bitte etwas höflicher. Okay, ich lese dir erst vor. Ja, okay. Was sind das denn für Fragen auf Twitter? Ich weiß nicht, wo der Schwarzmarkt ist. Ich feiere sowas. Solche Milchzähne. Ja, es würde jetzt jemand schreiben, oh ja, kein Problem, pass auf, das ist da und da. Eben, eben. Also ich weiß nicht, was ich dabei denke, als würde die sowas nicht lesen können, beispielsweise. Falls du brauchst noch Kokain sammeln oder Witz sammeln, ich kann dir auch sagen, pass auf, das ist da und da. Kommt vorbei. Noch ein Fall war letztes Mal ein illegales Tuning-Treffen mit dem Rennen machen. Wo posten sie das? Bei Twitter. Oh mein Gott. Und du glaubst nicht, was passiert ist. Die Cops haben es natürlich gelesen. Ja, natürlich. Und da stand in dem Tweet noch drin, bitte keine Cops. Ehrlich. Ich erzähle keine Scheiße. Wir haben uns so totgelacht, ehrlich. Ach, wie geil ist das denn. Kriminalität auf höchstem Niveau. Ja. So. Wollen wir uns dann langsam mal ausstempeln und dann so langsam Richtung Heimat? Von mir aus. Gut. Ich bin so lange da, wie lange ihr mich braucht. Ja, wir wollen jetzt auch langsam ins Bett. Gestern war schon spät und... Tee. Jetzt ist es auch schon Viertel nach Elfe. Tee, und außerdem, es muss meine Wut noch irgendwo abrägen. Genau, aber bitte nicht an mir. Aber an wem denn sonst? An Rüdiger. Na, Rüdiger ist süß, den würdest du niemals hauen. Ach, kenne ich schon Rüdiger, ihr beiden? Ja. Okay. Rüdiger, ne, kenne ich nicht. Doch. Doch, Rüdiger, die ist lange. Hier vorne, links. Hier ist Rüdiger, hier ist Rüdiger. Da. Ach ja, der Rüdiger. Ja, ja, klar, 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 klar. Alles gut? No, ich bin sauer. Wieso? Weil mich sowas aufregt wie dieser Typ, weißt du? Weißt du irgendeinen Namen von dem? Irgendwie Nachnamen? Ja, ich weiß nur James. Ja, warte kurz, ich klär das. Ich hab das in meinen Taten lang. Ja, ich hab nur... Von Massey hat mir nur gesagt James. Aua. Entschuldigung. Es würden nur zwei James in Frage kommen. Ja, sag mal. James Williams. Ich glaube, das... Und James Müller. No, James Müller? Müller. Müller. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, er ist James Williams. Kannst du kurz gucken, ob mein Hinterkopf... Hab ich da eine Beule? Warte, ich schau. Du hast nicht nur im Hinterkopf eine Beule. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Er ist ausgerutscht. Er hat Pflege kassiert von jemandem. Oh, nein. Ich bin am Teppich ausgerutscht. Ja, das ist passiert. Blöde Falte. Deswegen, ich habe ja die Mediziner meines Vertrauens. Alles gut, passiert mir auch manchmal. Alles gut. Wer ist denn der dritte Security oder beziehungsweise der erste? Ottavio. Ach, den habe ich doch gestern kennengelernt. Genau. Easy. Der wird, also der macht jetzt Security und eventuell hat er eine andere Stelle in Aussicht. Aber das dauert halt alles noch. Ich habe gehört, ich gehöre auch schon zum Team. Du gehörst zum Inventar. So bist du wie eine Couch. Ja. Ich bin einfach hier. Okay. Und dann wir haben Herbert, das ist der ältere Herr. Den müsstest du gestern vielleicht auch kennengelernt haben. Und Elvira, die Danzerin. Unsere rothaarige Danzerin. Ja, die habe ich gestern gesehen, aber tatsächlich noch nicht wortgewechselt. Aber wir stellen dir alles in Ruhe vor. Die sind sehr untinglich. Herbert ist alt und verrückt. Ja. Herbert ist alt, aber kann noch tanzen. Ja. Den manchmal nicht ganz so ernst nehmen, wenn er was sagt. Ja. So, gehen wir. Ich schließe dann hinter uns zu. Achso, ich hatte Masia geschrieben. Ja. Ich habe geschrieben, er ist ein Vollidiot. Gestern schon und heute wieder. Und jetzt hat sie mich gefragt, was war er denn gestern? Ich habe ja auch schon gesagt, dass er ein, 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 auf gut Deutsch gesagt, Hurensohn ist, weil er mich so aufgelegt hat. Komm, geh mal draußen. Ich meine zu ihr nämlich. Ähm, Enzo? Hast du den beiden schon Geld gegeben für heute? Ja, habe ich schon, ja, ja, ja. Okay, gut. Bald steht hier kein RTW mehr, sondern RS8, da freue ich mich genau. Seid ihr beiden morgen denn, ähm, wach oder habt ihr irgendwas anderes geplant? Ähm, ich bin der. Du bist da. Also auch kurzfristig abrufbar, zur Not? Äh, ja. Gut. Ich bin auch der Nomi circa, circa ungefähr sein Kannst du aus der Buhle, oder ihr. Also ich wollte eigentlich morgen mal. Ich bin flexibel und besser. Ja, ich wollte morgen eigentlich mal einen freien Tag, ähm, einlegen, aber es kann sein, dass, wie gesagt, Herbert oder Elvira aufmachen wollen und dann bräuchten wir halt zwei oder einen Türsteher, mindestens einen. Ich bin safe da. Ich bin auch da. Also ich habe um 19 Uhr ein Date. Perfekt. Und danach wünsche ich euch allen auch noch. Einen schönen Abend. Gute Nacht. Ja, danke, wünsche ich euch auch. Schlaf gut ihr zwei. Ich fels. Genau. Wir hören uns. Ja, auf jeden Fall. Ja? Perfekt. Ciao. Bis dann, schlaf gut. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das sind genau die richtigen Personen. Ja. Sag's dir so, wie es ist. Wie gesagt, was ich dir vorhin zu meinte. Ich kriege eine drüber. Die stehen sofort vor mir. Genau die richtigen Personen. Mua, mua, links, rechts. Wie ein Italiener. Mua. Ja, Felix, ich habe die auch lieb. Seid so süß. Tatsächlich, ich bin am überlegen, ob ich bei der Polizei eine Anzeige, dass da der Gegend ist und da bin. Ja. Die wird eh nichts dagegen machen. Ja, das ist das Problem. Ich habe schon, ich war da schon, weil ich, weil da noch welche Schulden bei uns haben, die machen da auch nichts gegen. Gut. Also, die bezahlen Rechnungen nicht so nah. Ja. Toll. Genau solche Typen, die mag ich ja. Und dann, und dann ist Pity, macht da nichts gegen. Dann war ich bei der Staatsanwaltschaft, die meinten, die können da nichts machen, weil er ja Staatsanwalt ist. Und das ist eigentlich... Okay. Naja, so. Ich verabschiede mich jetzt, ich fahre jetzt nach Hause. Ich sehe, ich will auch nach Hause. Gut. Ich muss auch mit meinem RTW fahren. Aber bald habe ich wenigstens Privatwahl. Ja. Sehr gut. Okay. Hast du zugeschlossen, Enzo? Moment. Ui, ich habe fast aufgelassen. Ja, habe ich. Was? Guck, ist abgeschlossen. Oh, Alter. War abgeschlossen. Du bist so ein Idiot manchmal. Warte, warte. Komm her. Ja, war gut. Ja? Was möchtest du? Au! So. Au! Ach, Mann. Das nennt man einen Bitslap. Bitslap. Ja. Das habe ich gemerkt. Aua. Au. Aber das war nichts auf die Nase. Aua, nee. Das war die Backe. Einfach, einfach, einfach. Ähm, okay. Passiert. Alles gut. Ja, okay. Gut. Gut. Dann bis morgen. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Ciao, ciao. Ich schlafe hier. Ich schlafe hier in meinem RTW, das Platz dran. Ja, dann gute Nacht. Es lauft gut. Gute Nacht. Hm. So. Okay, jetzt. Ich überlege mir jetzt noch, ob ich wirklich in Sofort gehe deswegen. Hm. Mm-hmm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Ja, du auch.